Wie wollen wir das durchziehen? Der Dschungel kennt keine Regeln. Wir müssen ihren Unterschlupf finden, machen sie fertig, schnappen uns die Geiseln und sind wieder zurück über die Grenze, ehe die überhaupt merken, dass wir da waren. Was meinst du mit wir? Und nur der Starkste überlebt. Wenn du hier den Durchblick verlierst, bist du wirklich am Arsch. Die Show geht los, Kleiner. Darf ich reinkommen? Ein Elite-Team. Furchtlos, stark und mit einer Mission. Du blutest, Mann. Ich hab keine Zeit zum Bluten. Arnold Schwarzenegger in Predator. Der Kinocast. Hallo hier zurück aus der Sommerpause beim Kinocast. Habt ihr uns vermisst, liebe Hörer? Uns. Das sind hier die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Der Chris. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, auch schönen guten Tag von mir. Hier ist der Erik, wie immer. Hallo, Erik. Danke. Hallo, hallo. Hallo, liebe Hörer. Wir sind's wieder. Wir spülen jetzt einen riesen fetten Klops in eure Leitung hier mit einer sehr großen Datei. Ja, weil wir haben einige Filme. Das heißt, ich hab gar nicht so viele, aber die werten Kollegen, die waren natürlich brav immer in den ganzen Sneaks, die ich so ausgelassen habe, während ich nicht da war. Und ja, dann haben wir so noch ein paar Filme. Aber wir werden halt, glaube ich, nicht alles besprechen, was wir in der Zwischenzeit geschaut haben. Und werden uns vielleicht ein paar Sachen aufsparen. Für die nächsten Male Trailer-Tipps wird's heute auch nicht geben. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mal vielleicht chronologisch mit den Sneaks von hinten nach vorne. Oder habt ihr irgendwie einen anderen Plan? Gibt's irgendwas, was man hervorheben sollte? Der Letzte ist eh der Beste, laut Chris. Dann seid mal gespannt. Der Letzte ist, glaube ich, eh der Beste, ja. Genau, um so ein bisschen Antisern. Seid gespannt, welches ist der letzte Film, den wir in der Sneak Preview hatten. Wir beginnen aber erstmal mit dem, jetzt ist es nicht das Schlechteste hier, wenn ich eure Wertung sehe. Wir beginnen mal mit dem 20.08. der Sneak Preview. Das war Mile 22. Bitteschön. Ja. Feuer frei. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Film kommt. Denn, also worum geht, Mile 22. Eine amerikanische Botschaft irgendwo in einem asiatischen Stadt, irgendeinem asiatischen Land, was weiß ich. Die wird nicht genauer benannt. Dort ist er quasi der Hauptspielpunkt. Denn ein mysteriöser Agent bittet um Asyl und bietet im Gegenzug die Codes an, mit denen ein weltweiter Angriff mit nuklearem Pulver verhindert werden kann. Dieser Doppelspion muss außer Landes geschafft werden, damit er eben nicht von seinen eigenen Leuten umgebracht wird. Und das ist wiederum ein Fall für das Team von Overwatch. Das ist eine Eliteeinheit von Agenten, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn die Diplomatie und die militärischen Interventionen nicht das auslösen können, was sein soll. Die müssen sich dabei auch eigentlich keiner Rechenschaft ablegen bei niemandem, denn sie sind immer nur für diese eine Mission und haben einen Vertrag. Und dann ist damit, wenn es zu Ende ist, ist es beendet. Also da gibt es keine Nachwirkungen, wenn da was schief läuft. Wie Geister versuchen diese Agenten, um James Silver, der gespielt wird von Mark Wahlberg, ihre Mission zu erledigen. Mit um das Team rum von Mark Wahlberg sind noch Lauren Cohn, die wir aus The Walking Dead kennen. Und Ronda Rosi, Ronda Rosi, ja, die Mixed Martial Arts Kämpferin. Danke. Und an einem zweiten Ort, irgendwo in den USA, sitzt Teil 2 dieses Teams. Und das wird von John Malkovich quasi geführt. Und die koordinieren per Satellitenbilder, Kamera-Hacks und noch was weiß ich für einen technischen Schnickschnack, dass dem Overwatch-Team vor Ort nicht so viel passiert und denen das Leben ein bisschen leichter gemacht wird. Und daraufhin beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn wird das Overwatch-Team den Agenten rechtzeitig zum Flieger bringen? Und was passiert auf diesen 22 Meilen von diesem Ausgangspunkt zum Flughafen? Kann der Anschlag verhindert werden oder nicht? Darum geht es um diese 22 Meilen und was dort passiert. Und meine persönliche Meinung war zu dem Film, ich habe ihn, ja, schon ein bisschen gefeiert, muss ich sagen. Weil ja mittlerweile, muss ich sagen, Mark Warburg pickt sich echt die Rosinen aus diesem ganzen Pruscht von Filmen, den es mittlerweile gibt. Ich habe in letzter Zeit, oder den letzten, fast schon Jahren, keinen schlechten Mark-Warburg-Film gesehen. Entschuldige, dass ich hier unterbreche, aber ich glaube, das hat eher was mit dem Regisseur zu tun, der ihn immer wieder besetzt, weil das ist ja derselbe. Das kann natürlich auch sein, aber er kann ja auch die Rolle ausschlagen und sagen, nee, mach ich nicht. Aber ich glaube, die verstehen sich ganz gut. Er kann doch irgendwie einen Quatsch annehmen. Peter Berg von Deepwater Horizon und so. Genau, ich kann es kurz da reingrätschen. Peter Berg, genau, Mark Warburg scheint sein Lieblingsschauspieler zu sein. Alone, Survivor, Deepwater Horizon und Boston. Allerdings auch die drei, alles wahre Gegebenheiten oder halt basierend auf solchen Geschichten. Und jetzt haben wir hoffentlich mal eine fiktive Story. Ich weiß es nicht. Mal 22 weiß ich gar nicht, ob das auf wahren Gegebenheiten beruht. Soweit ich weiß nicht, was wirklich passiert auf der Welt, das, ja, das haben wir dahingestellt. Ich habe da ein paar Sachen gehört zu diesem Mile 22. Dann erzähl mal, was hast du denn gehört? Zum einen soll ja irgendwie Mark Warburg, soll ja irgendwie so einen hochintelligenten, aber irgendwie sozial ein bisschen, ja, problematischen Typen spielen. Ja. Und er hat in einem Interview gesagt, dass er das wohl selber, also dass diese Rolle ist wohl das, was er wohl, wo er wirklich seine ganze Schauspielerei quasi, was die Essenz seiner ganzen Schauspielerei wäre. Ja, ist das jetzt so großartig, was er da macht? Das ist schon gut. Also es wird jetzt nicht breit getreten, finde ich, dass er diese spezielle Art von Mensch ist, also seine Rolle, aber man merkt es ihm schon an. Er hat so ein bisschen ein soziales Defizit schon immer gehabt und hat auch so seine Bewältigungsmechanismen, die auch im Film gezeigt werden. Ich finde, er spielt es wirklich richtig gut, aber es wird halt nicht breit getreten, warum er so ist und was mit ihm los ist und was mal passiert ist oder ja, es ist einfach er und entweder man mag diesen Charakter und seine Tics und seine Art und Weise oder nicht. Aber ja, er hat ein bisschen ein soziales Problem. Passt aber dann natürlich in diese Eliteeinheit. Ich möchte da allerdings auch ein bisschen widersprechen, ganz ehrlich, weil so alles, wie Rosa, du das alles gerade beschreibst, so Rosa fand ich das gar nicht alles, weil die Dialoge im Film wirkten teilweise extrem platt, meiner Meinung nach. Und die Schnitte bei den Action, also die Action war okay, nur die Schnitte bei den Action war manchmal viel zu hektisch, ein bisschen unübersichtlich und auch etwas hart. Und eigentlich so, für mich ist der Film so, ja okay, ganz cool, kann man so machen. Und am Ende nimmt er nochmal ganz rasant Fahrt auf und lässt einen dann wirklich mit einem extrem mulmigen Gefühl eigentlich im Kinosessel zurück. Also so kam es mir zumindest vor. Dass Mark Wahlberg alles schauspielerisch aus sich rausgeholt hat, hoffe ich jetzt mal nicht, weil wenn das alles ist, dann hätte er bei Transformers bleiben sollen. Also, wie gesagt, da habe ich ein bisschen unschlüssig. Insgesamt aber, ja, schon ein Film, den man sich durchaus mal anschauen kann. Vor allem wegen dem Ende. Das soll ja, es wird ja gemungelt, dass da wohl an sich schon zwei Fortsetzungen in der Schublade liegen. Der will wohl so eine Art, so ein Born-Universum da so ähnlich irgendwie etablieren. Also quasi so eine Action-Schauspiel-Film-Reihe so ungefähr. Und ja. Kann ich mir sogar vorstellen. Also könnte funktionieren. Wie gesagt, weil das Ende halt sehr, sehr offen ist. Okay. Und ja, da haben wir nachher auch nochmal einen Film, wo das Ende eher offen ist. Nur halt, wenn es wirklich so, ja, in diese Richtung geht, kann ich mir das vorstellen, dass da eine Filmreihe draus wird. So wie er jetzt gerade dran stand, also wenn ich die erste Stunde nehme oder ein bisschen mehr, wenn ich die letzten 20 Minuten weglasse, würde ich sagen, ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Und am Ende raus, finde ich, hat sich der Film gewaltig gemacht. Habt ihr, wie hieß der, Sixteen Blocks mit Bruce Willis gesehen damals? Ja. Das klingt ja auch so ein bisschen so ähnlich, ne? Ja, ist ähnlich. Ja, aber an sich, ich habe auch den Trailer geschaut gehabt und ich hatte mich ja, wie man vielleicht ein bisschen hört, mich hatte der Film schon an sich schon ein bisschen interessiert gehabt. Und wo ich dann gehört habe, dass ihr den hattet, habe ich mich da noch ein bisschen detaillierter damit beschäftigt. Und der interessiert mich auch. Ich weiß, ich werde es bloß nicht ins Kino schaffen, aber den habe ich mir auf jeden Fall fürs Heimkino mal vorgemerkt. Ich glaube, so ein richtig schöner, dreckiger, gerader Actionfilm, das ist immer was Gutes. Aber es ist er halt, er ist nicht so gerade. Ah, okay. Das ist kein gerader Actionfilm. Auch nicht so schlecht. Ich meine jetzt so eher so voll auf die Fresse, so ein bisschen, weißt du, so wie Lone Survivor war. Und ich sage mal, die Action in Deepwater Horizon war schon auch ziemlich gut. Und wie es so inszeniert war, wie es sich so Stück für Stück aufgebaut hat. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und wenn das Team mehr oder weniger so zusammenbleibt, Regisseur und Hauptdarsteller, dann klingt das schon mal ganz gut. Ja. Ja, dann eure Wertung. Ich sehe sie hier schon. Aber für die geschätzten Hörer. Traut sich keiner? Ich lasse immer die Dame gerne vor. Ich habe acht Punkte gegeben. Ja, und ich müsste zwar sagen, ich habe auch acht Punkte gegeben, aber zwei Punkte oder anderthalb Punkte hat er wirklich mit dem Ende sich noch geholt. Also sonst wäre er so auf 6,5 rum gewesen bei mir. Aber das Ende hat mich dann doch nochmal zurückgelassen mit dem, okay, da möchte ich jetzt noch mehr sehen. Also mit diesem Gefühl bin ich dann raus. Also mit dem Gefühl, ich möchte mehr sehen. Ja, so ging es mir bei diesem anderen Film, von dem du nachher noch vorstellst. Ja, das ist... Das ging genau andersrum bei uns. Okay. Ja, aber wie gesagt, so sieht das da aus. Mile 22. Läuft ja, glaube ich, schon im Kino, ne? Ich habe jetzt gerade den Kinostart nicht im Kopf. Aber ich glaube, ja... Gott sei Dank haben wir dieses Internet. Das funktioniert eigentlich inzwischen ganz stabil auf der Welt. Mile 22 läuft schon. War seit 13. September, also seit Donnerstag. Am 27.8. wart ihr auch nochmal, oder wieder in der Sneak, natürlich. Wie jeden Montag, ihr hattet den Film Bad Spice. Ja, schlechte Gewürze. Waren das sozusagen die Spice Girls? Den hast du dir aber richtig gut rausgesucht, ey. Das ist mir gerade eingefallen. Ja, die Spice Girls, in dem Fall. Die Bad Spice Girls. Mila Kunis und Kate McKinnon, die beiden Spice Girls. Nein. Bei Bad Spice hätte ja alles so schön sein können. Audrey, also Mila Kunis, feiert mit ihrer Freundin Morgan, Kate McKinnon, ihren Geburtstag. Und dabei kommt eben raus, so ja, Audrey, die so leicht neurotisch ist oder stark neurotisch sogar, hat immer noch nicht mit ihrem Ex-Freund abgeschlossen. Und man beschließt, okay, heute Abend schließen wir mit dem ab. Wir geben ihm nochmal den Hinweis, er soll seine Sachen abholen und wenn nicht, dann verbrennen wir einfach alles. Und eben das haben die beiden dann auch vor. Was die beiden nicht wissen ist, dass der Ex-Freund Drew, gespielt von Justin Theroux, ein international aktiver Spion ist. Und der natürlich dann auch bei ihr zu Hause was versteckt hat, was unbedingt da auch bleiben muss oder was er eigentlich als Backup-Plan hatte. Okay, deswegen macht er sich auf, um das Ding zu holen und wird bei diesem Einsatz in ihrem Haus von einem Einsatzkommando über den Haufen geschossen. Och, Sauerei. Ja, Sauerei. Als ob das für die beiden nicht schon genug wäre, fangen sie an, eine wilde Flucht zu planen mit den wenigen Informationen, die sie haben. Und verlassen die USA in Richtung Wien. Willkommen in Europa. Deswegen der Tipp für die Sneak war nämlich auch Europa sehen und sterben. Und ja, was man in Europa hinterlässt, ist ganz arg viel verbrannte Erde, ganz arg viele Statisten, die das zeitliche sägen. In einem Wiener Café wird geballert. Es geht eine Reise durch ganz Europa umher und halt wirklich, es geht nur um diesen einen USB-Stick, wo unglaublich wichtige Daten drauf sind. Das heißt, Morgan und, wie heißt sie, Audrey, verstecken den auf spezielle Art, sagen wir es mal so. Lass mich raten, sie stecken den in eine Körperöffnung. Sie stecken ihn in eine weibliche Körperöffnung. Und dicht auf ihren Fersen sind... Wenn sie aufgrund sein, dass es keine Diskette war. Ja, wir sind ja modern. Auf jeden Fall auf den Fersen des Duos befindet sich die CIA, dann osteuropäische Killer, die natürlich das wollen, und ein relativ mysteriöser Agent. Man schlittert von Abenteuer zu Abenteuer und hat natürlich das eine große Ziel, wir retten jetzt die Welt. So, das ist jetzt im Groben, worum es in Bad Spice geht. Und ich habe ja den Trailer gesehen. Ich glaube, Erik, du hast ihn auch gesehen. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und Kate, auch uns allen ging es eigentlich so, wenn man den Film von Susanna Vogel, also Regisseurin Susanna Vogel sieht, man verdreht eher so ein bisschen die Augen. So, ach du Scheinde, was erwartet uns da für ein Blödsinn. Im Trailer wirkt nämlich vieles völlig überdreht, nach dem Motto, lache oder ich schlage dich. Und fehlt eigentlich nur noch der obligatorische, mordsmäßige Pipi-Kacka-Humor. Und Melissa McCarthy fehlt da noch. Ja, puh. Ich glaube, dann wäre es ein bisschen, dann wäre es ganz arg abgedriftet. So haben wir einen Film, der einen, wenn man ihn sieht, tatsächlich ein Stück weit wirklich eines Besseren belehrt. Die witzigen Passagen. Ja, ich nehme mich auch nicht. Deswegen saß ich ein bisschen baff im Kino. Also die witzigen Passagen sitzen eigentlich. Und die Action muss ich wirklich hinter keinem Agentenfilm verstecken. Ist klar, alles ein bisschen überzogen. Im Endeffekt weiß aber die Story durchaus auch zu gefallen. Weil die beiden, also Mila Kunis und Kate McKinnon, doch recht gut harmonieren. Auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ich meine, ich bin Fan von Mila Kunis. Der könnte ich stundenlang zusehen, muss ich gar nicht sagen. Deswegen hat der Film sowieso einen Bonuspunkt eh schon ergattert. Aber er ist nicht so, wie der Trailer es darstellt. Und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Erwähnen möchte ich auf jeden Fall noch Jillian Anderson. Die spielt nämlich die Chefin des Geheimdienstes. Und wenn man natürlich um ihre Vergangenheit bei Akte X weiß, ist das natürlich noch so ein weiteres kleines Pünktchen, wo man mit reinschießt. FBI oder was spielt sie? Sag ich nicht. Und was mich echt, wirklich aber auch jetzt, weil ich ja ein bisschen recherchiert habe. Und was mich dann auch wirklich ärgert ist, der Film heißt bei uns Bad Spice. Und im Original heißt er The Spy Who Dumped Me. Und ist eigentlich eine Anlehnung an den Bond-Klassiker The Spy Who Loved Me. Also der Spion, der mich liebte. Ich finde es echt schade, dass der Gag im Vorfeld schon geklaut wurde. Trotzdem bleibt ein Stück Film, was man sich wirklich guten Gewissens anschauen kann. Also nicht irgendwie, oh Gott, und ständig nur am Augen verdrehen ist und was für blöder Vollquatsch wird mir da präsentiert. Ja, manchmal, nur es trifft dann wirklich. Und wie gesagt, die Action entschädigt für vieles. Und es ist einfach dann auch so ein bisschen so What-the-Fuck-Momente. Und das finde ich einfach ganz schön. Hat mich mehr abgeholt, als ich gedacht habe, der Film. Also wie gesagt, im Vorfeld sehr, sehr, jetzt hinten raus sage ich, doch, da würde ich sogar dem Erik sagen, den kannst du dir mal in Ruhe, wenn er dann irgendwo läuft, zu Hause auch echt anschauen, ohne ein großes, schlechtes Gewissen haben zu müssen, was da für ein Filmchen kommt. Also ins Kino weiß ich nicht. Erik, du wirst da dafür garantiert nicht ins Kino gehen. Also der ein oder andere wird es wahrscheinlich machen, um Mila Kunis auf der großen Einwand zu sehen, zu Recht. Ich fand ihn nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so schlecht, wie ich nach dem Trailer befürchtet habe. Ich merke ihn mir immer für das Heimkino auf jeden Fall vor. Das klingt ja doch ganz nett. Definitiv. Weil so Agenten sagen, ich habe früher so eine Serie, Agenten mit Herz oder sowas, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ah, ja, genau. Ich hatte irgendwas gelesen, wegen dem deutschen Titel, irgendwas stand da mal irgendwo, dass die das ein bisschen in Anlehnung, es gab ja mal diesen Film Bad Moms und der lief ja ganz gut, so vom Kinoerfolg her. Und da wollten sie ein bisschen darauf aufsetzen, weißt du, irgendwas war da. Bad Moms, Bad Spice, weißt du. Ich meine, der Erfolg gibt ja recht, da lief ja ganz gut jetzt in Kinocharts. Ja, nö, gut, werde ich auch mal vormerken. Ich glaube, ich sehe da viel auf mich zukommen. Vielleicht noch mal eine Punktewertung, wenn die von Interesse wäre. Ja, wir waren ja jetzt noch nicht durch, ja, aber gut, wenn du... Okay, du wolltest noch was sagen zu Bad Spice. Ich wollte noch fragen, du sagst hier europäische, also Wien hat man schon, wo sind sie noch überall? Ist das so ein... Sie sind in Berlin, glaube ich, also irgendwo in dem Deutschen Museum rennt sie um. Also ich glaube, nach Berlin geht es auch und einmal nach Tschechien auch noch irgendwie rüber, also die Gegend, die Ecke. Okay, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Auf jeden Fall ist es eine kleine Rundreise durch Europa. Und ist das dann so ein Checkbox-Ding? Ja, wir sind jetzt mal in Wien, zack, da siehst du irgendwas, was du mit Wien wiedererkennst. In Paris siehst du meistens einen Eiffelturm, check, weißt du, so nach dem Motto. Ja, so in die Richtung geht es schon. Also es sind aber nicht die Sehenswürdigkeiten zu sehen, wirklich. Also es ist halt eher so, oh, wir müssen uns da und da treffen und oh, ich kenne da noch jemanden und mein Papa zu Hause als Anwalt kennt dann oder kennt den und den Anwalt und was weiß ich was. Es ist jetzt nicht so eine Sightseeing-Tour, ist es nicht. Okay. Es ist eine wilde Rundreise durch Europa. Weil manchmal machen ja die Filme einfach, die kaufen dann irgendwelche Stock-Footage von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, so nach dem Motto, hey, ja, cool, wir haben quasi hier einen weltweiten kosmopoliten Film gedreht. Naja, was mir auch noch, was ich noch auch wirklich lobend erwähnen muss, ist, es gibt ja noch diese, noch eine andere geheimnisvolle Agentin, die spielt am Anfang noch einen Model in Berlin auf dem Laufsteg, haut dann von dort ab, weil sie muss ja diesen Auftrag in, ach, was weiß ich, da erledigen und soll die beiden mit einem, also mit einem Per-Scharf-Schützen-Gewehr erstmal ausschalten und hat als Hinweis zwei amerikanische Touristinnen, eine davon ist blond und dann steht sie da auf ihrem, ja, und steht da auf ihrem Turm und zielt auf verschiedene Leute und es sind so die Klischees der amerikanischen Touristen bedient, aber so punktgenau, dass die oben im Turm schon genervt, die Augen vertreten sagt, okay, das ist so nicht möglich. Richtig herrlich, also richtig, richtig herrlich, komplett das Amerikanische mit auf die Schippe genommen und das sind so Punkte, wo der Film einfach sammelt, wo du dann sagst, okay, es ist kein so, kein so dieser Pipi-Kacka-Homo, der jetzt zum Beispiel mit, oder wo ich mir relativ sicher wäre, mit Melissa McCarthy wäre der gekommen, aber die würde da auch gar nicht reinpassen in den Film. Ja, na dann klingt es ja schon mal ganz gut, wenn die nicht reinpassen würde, könnte das tatsächlich ein ganz guter Film sein. Ja, es hat durchaus Spaß gemacht. Bad Spice, okay. Schlechtes Gewürz. Naja, noch was, was mich viel mehr interessiert, wo ich nicht so viel drüber weiß, was mir aber vom Look her gefallen hat, ist euer nächster Sneak-Film vom dritten neunten, der Film Kin, wo es übrigens eine ganz interessante Geschichte gibt. Jetzt kam nämlich die Mail vom Filmverleiher. Der sollte ja eigentlich letzte Woche Donnerstag starten und den haben die jetzt einfach mal, einen Tag vorher kam eine Mail bei mir an, der ist verschoben auf 2019. Was? Der Kinostart. Was natürlich jetzt so, ja, also wenn man das jetzt hört, dann denkt man ja nicht, oh ja, die haben jetzt bestimmt viel Konkurrenz an der Kinokasse und wollten da lieber irgendwie einen besseren Zeitpunkt finden oder so. Das klingt, das macht man meistens so, das war in der Vergangenheit auch schon mit anderen Filmen, wo sie gemerkt haben, so die ersten Kritiken, die waren sehr mies und die stellen den lieber zurück und bringen ihn dann direkt ins Heimkino oder so und hoffen, dass bis dahin die Leute das ein bisschen vergessen haben. Das, aber erzähl mal, muss sein, dass wir ihn im Kino hatten. Erzählt mal was über Kin. Kin, K-I-N. Also erstmal noch, Bad Spice hat von mir sieben von zehn Punkte bekommen. Ich durfte es jetzt erst nicht sagen. Ich war mir da nicht sicher, ob du es schon gesagt hast. Nee, aber danke, Erik. Kin, Kate möchtest du oder soll ich? Nein, du. Ich darf, alles klar. Okay, wir lernen Eli kennen. Eli führt ein eher trostloses Leben als Teenager, zusammen mit seinem Vater Hell, gespielt von Dennis Quaid und ja, wenn Eli nicht gerade Ärger in der Schule hat, dann streift er gern durch die Gegend und sammelt Altmetall ein, was er dann auch lokal verkaufen kann bei den Schrotthändlern und so. Ein bisschen Geld nebenher verdienen und besonders ergiebig dabei ist ein verlassenes, altes, ruiniertes Gebäude ganz in der Nähe von seinem Zuhause. Auch dort streift er umher, sammelt Sachen ein. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ich brauche nur was fürs Verständnis. Spielt es in der Jetzt-Zeit oder nach dem Atomkrieg oder wann? Gefühlt spielt es in der Jetzt-Zeit und ich glaube in Detroit. Da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Wegen den Schrott sammeln und so war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, also wie gesagt, Kin ist glaube ich in Detroit. Ich bin mir nicht sicher, ich behaupte das jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich lasse mich da gerne. Das Poster sieht so aus wie Sternenkrieg irgendwas. Nee, es ist schon eigentlich die Jetzt-Zeit. Okay. Also stell dir einfach ein bisschen Detroit vor. Okay. Genau. Und ja, eines Tages findet er einen relativ mysteriösen Gegenstand, den er mit nach Hause nimmt und dabei stellt sich raus, okay, das muss eigentlich ein Gewehr sein. Ein ziemlich futuristisches, modernes Gewehr und wirkt auch schon im ersten Moment wie eine relativ mächtige Waffe. dann kommt, wie es kommen muss, sein Bruder Jimmy, gespielt von Jack Rayner, kommt aus dem Gefängnis nach Hause und jetzt kommt schon der erste Knackpunkt. Eli ist schwarz, Jimmy nicht und Eli ist adoptiert und Jimmy ist quasi der Erstgeborene von Dennis Quaid und dessen Frau, also in dem Fall die Mutter lebt nicht mehr und der ist halt ziemlich auf die schiefe Bein geraten, auch kommt vom Gefängnis raus und hat allerdings noch Schulden bei einem recht skrupellosen Gangsterboss namens Taylor Bellic und Taylor Bellic wird gespielt von James Franco. Oh. Aha, ja und natürlich Schulden hat er, was macht also der Taylor Bellic, der bedroht erstmal seine Familie und alles und will natürlich sein Geld wieder haben und man plant dann gemeinsam ein Ding, dabei passiert etwas mit dem Vater Hal und Eli und Jimmy müssen fliehen, sind dann also auf der Flucht vor James Franco, vor den ganzen Gangstern und alles und ja, wie es halt so ist, man setzt irgendwann tatsächlich diese Waffe, die man da hat, ein und schwuppdiwupp sind nicht nur die Gangster hinter einem her, sondern noch andere Kriminelle sind hinter einem her und auch Polizei ist hinter einem her und zwei relativ mysteriöse Typen oder Charaktere auf Motorrädern, die nämlich ihre Waffe wieder haben wollen, wie es auch so nicht anders sein kann. Kommt alles zu einem relativen Showdown in einer, ja, in einer Polizeistation, wo ziemlich, ja, ziemlich krass, gewalttätig krass alles über den Haufen geschossen wird. Wie es ausgeht, wird natürlich jetzt nicht verraten, was da noch passiert. Das wäre jetzt zu arg gespoilert dann auch. Aber es ist insgesamt ein relativ düsterer Streifen und man weiß nicht so richtig, wo er hin möchte. Also Kin ist erstmal das Langfilm-Debüt der beiden australischen Brüder Josh und Jonathan Baker, also die Baker Brothers und die haben für diesen Science-Fiction-Film ihren eigenen Kurzfilm Backman einfach aufgepumpt. Backman dauert ungefähr eine Viertelstunde, den gibt es wohl kostenlos bei YouTube, ich bin mir da auch nicht gerade nicht so sicher. Könnte man aber vielleicht dann auch vielleicht in der bei uns hier verlinken unten noch. Doch, Sci-Fi-Shortfilm Backman, den gibt es tatsächlich. Also den kann man da mal anschauen und ist halt aufgebläht dann quasi auf 100 Minuten. Und wie ich finde, merkt man das dem Film leider auch ab und zu an. Teilweise nimmt er sich zu viel Zeit für Sachen, für die eine oder andere Szene, dann plätschert er wieder ein bisschen dahin, bis es eben zum großen Showdown kommt. Das ist jetzt wie bei Mile 22 wieder so, boah, am Ende hin so Hupala. Denn ich finde, am Ende dreht sich vieles dabei auf links, wirklich wirft extrem viele Fragen auf und macht eine Welt auf, die ich sehr, sehr interessant fand und auch sehr interessant sein kann bestimmt. Parallelen zu Terminator 2 sind recht einfach zu erkennen und auch da finde ich eine sehr, sehr schöne Szene, dass Eli in einem Diner an einem Terminator-Spielautomat eine kurze Pause einlegt. Also du siehst wirklich, wie ganz groß Terminator dran steht. Ich glaube sogar Terminator 2, wenn es ganz genau so ist. Das ist ja für mich ein Muss. Jaja, also wie gesagt, Parallelen dafür sind schon da, es ist nicht so vollgepackt mit Action wie jetzt Terminator, aber kann man schon machen. Hat auf jeden Fall extrem viel Potenzial für Nachfolger, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, die haben den abgesackt oder verschoben. Vielleicht wollen sie auch erstmal den Nachfolger gleich drehen, damit sie beide relativ schnell zusammen rausbringen. Wenn das hinten nicht gewesen wäre, wäre es für mich eher so ein mittelmäßiger Sci-Fi-Streifen gewesen. James Franco als Gangsterboss, ey, ganz, ganz genial. Also ich denke da an die eine Szene, also die Szene allein hinten raus im Polizeirevier ist richtig krass und eine richtig schöne Szene in der Tankstelle, die zwar durchaus eklig ist, aber darf man nicht spoilern, oder? Nein. Nein, spoilern wir nicht. Aber einfach, auch wie er das rüberbringt in dieser Situation, ist wirklich, wirklich stark. Und wer mir auch gefallen hat, ist Miles Troit als junger Schauspieler, also der den Eli spielt, der muss ja eigentlich den Film mittragen und klar ist es schon eine Last, so einen Film zu tragen, macht das aber relativ ordentlich. Ohne das Ende, wie gesagt, fände ich ihn relativ dünn. Mit dem Ende, der als Auftakt für mehr dienen kann, finde ich ihn relativ gut. So, jetzt darf Kate was dazu sagen. Du hast noch eine Schauspielerin vergessen. Wer habe ich vergessen? Zoe Kravitz. Ja. Wo ich nicht ganz verstehe, warum dieser Charakter in dem Film vorkommt, denn Zoe Kravitz stößt zu diesem Brüder gespann während des Films und ich weiß nicht so genau, warum die bei denen bleibt. Das wird irgendwie nicht so ganz klar, warum die die mitnehmen, weil der Bruder ist jetzt nicht unbedingt, dass man da sagt, da ist jetzt da, oh Gott, die haben sich direkt halte über Kopf hineinander verliebt oder so. Also die Rolle geht mir nicht ganz auf. Ich weiß nicht, warum die mitmacht. Der Film hat auch ohne sie funktioniert. an sich, also es ist ein Sci-Fi-Film, der kein Sci-Fi-Film ist. Denn am Anfang ist ja bis auf diese mysteriöse Waffe, die wir da finden, nicht Sci-Fi-mäßig. Es spielt in einer normalen Welt, es ist ein Junge, der sein Taschengeld aufpassen will, der bei seinem Adoptivvater lebt, der halt auch ein bisschen grummelig ist und versucht hier Mutter mit zu ersetzen ein bisschen. Der auch noch Ärger an der Schule hat, jede Menge. Genau, dann immer Ärger an der Schule hat und das ist immer so ein bisschen problematisch mit ihm. Also es ist eigentlich kein typischer Sci-Fi-Film. Er spielt in der Realität und dann kommt diese kleine Waffe, also kleine, dann kommt diese Waffe dazu und da denkt man so, na, wo will er denn jetzt hin, der Film? Können wir da bitte mehr von sehen? Dann diese zwei mysteriöse Typen, von denen ich gerne auch mehr erfahren hätte und dann war der Film für mich so, und dann kam das Ende, und dann dachte ich so, okay, jetzt legt er zu, jetzt ist er geil, jetzt hat er mich abgeholt und dann kommt das geilste überhaupt in dem ganzen Film, das Ende und du denkst dir so, so und jetzt lasst ihr mich damit zurück. Jetzt, wo es ein Sci-Fi-Film wird, jetzt, wo er cool wird, bitte. Komm, die Ehringung am Schluss. Und ich will unbedingt den zweiten Teil sehen, ich hoffe, so es wird den zweiten Teil geben, weil ich glaube, die können mit dieser Vorgeschichte eine ganz, ganz coole Welt aufbauen, eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich würde gerne mehr davon sehen und deswegen bin ich jetzt auch, wie der Chris auch schon, schockiert, dass man den Start verschoben hat. Weil ich, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst, dass der gar nicht kommt. Das war jetzt nicht meine Absicht, dass der irgendwie eingestampft wird. Danke, Erik. Danke, Erik. So sehr zu schockieren. Aber das, was ich jetzt so erzählt habe, klingt sehr stark nach einem Film, den ich jetzt auch geguckt habe, nämlich Predator Upgrade. da ist es auch so, dass ein kleiner Junge, ich komme ja vielleicht später noch dann im Detail dazu, aber der kriegt halt diese Maske und das eine Teil vom Predator zugeschickt mit der Post, weil das sein Vater ihm zugeschickt hatte und rennt dann damit rum und plötzlich sind alle hinter ihm her und er und hier bei Kin kriegt er offensichtlich diese Waffe. Chris wird die mal abgefeuert, kann die was, die Waffe? Die Waffe wird nicht nur einmal abgefeuert. Haben sie also gut gelootet, ein guter Loot. Extrem guter Loot, ja, viel zu guter Loot. Das ist ja genau das, was so, wo du dran hockst und dir denkst so, oh, 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 okay. Das ist dann das, wo du auch extra kein Fahrzeug mehr nimmst in PUBG, damit du nicht einen Auto-Unfall behaust, sondern deine Waffe auch benutzen kannst. So in etwa, ja. Naja, Kin, ja. Ich gucke gerade hier, aber hier steht jetzt auch gar nicht mehr drin, wann der Starttermin hat. Also ich habe jetzt auf verschiedenen Webseiten hier geschaut, wo meistens drinsteht Starttermin und so. Also hier bei Kino.de steht noch 13.09. drin, das ist schon überholt, das ist nicht der Fall. Bei Filmstart steht gar nichts drin, Moviepilot auch nicht. Ja, mal sehen, was uns da damit erwartet mit dem Film. Vielleicht wird es auch so eine Geschichte, zum Beispiel, dass Netflix den rausbringt oder so, kann ja auch sein. Muss man heutzutage auch mit im Hinterkopf behalten. Das haben sie auch bei Cloverfield gemacht. Der ja auch, jetzt muss ich mal kurz eure Wertungen angucken. Ihr habt ganz gute Wertungen gegeben. Im Allgemeinen hat dieser Kin eher so durchschnittliche Wertungen und hatte ja der Cloverfield damals auch. Vielleicht ist das so ein Thema, dass sie sagen, oh, wir riskieren es lieber nicht, den ins Kino zu bringen, weil wir vielleicht da doch eher Verluste einfahren und verkaufen das lieber irgendwo an einen Streaming-Service. Kann natürlich auch sein. Und dann parallel einen zweiten Teil produzieren, der vielleicht dann ein bisschen ausgefeilter ist. Wer weiß. Also, was gebt ihr so punktemäßig? Kin? Sieben. Sieben. Sieben von zehn. Aber halt auch wieder, weil es Ende vieles rettet. Sonst kann man verraten, was dieses Kin bedeutet, ohne jetzt da irgendwas großartig zu verraten. Wird im Film auch nicht erklärt, aber ich weiß, dass es übersetzt Verwandtschaft heißt. Was? Kin? Nur Kin? Ja, aus dem Englischen. Kin, deutschen Verwandtschaft. Auch wieder was gelernt. Es wird im Film oder Verwandte oder die Familie auch. Wird im Film nicht erklärt, aber wird im Film deutlich. Okay. Auch am Ende. So, und aufmerksame Hörer. Nicht unbedingt. ganze Film über Assessor und Dings. Aber egal. Ja. Verwandtschaft, gutes Thema. Aufmerksame Hörer werden ja jetzt mitgeschnitten haben, dass jetzt der anscheinend beste Film kommt, denn es ist schon die vierte Sneak jetzt, die wir behandeln. Die Sneak vom 10.9. Quasi von der vergangenen Woche. Jetzt sind wir quasi langsam wieder im normalen Plan. Jetzt sind wir im aktuellen normalen Plan. Und da lief. Es kam, es kam ja nicht nur ein Film, es kam zwei Filme an dem Tag. Ganz Vorfilm, ja. Ja, es kam ein schöner Vorfilm und wenn ein Vorfilm im Kino kommt, der echt cool ist und echt super ist, dann weiß man, okay, es könnte aus einer Traumfabrik entstammen, der nächste Film, der da kommt. Und es ist ein Film, wo ich nicht gedacht hätte, dass der wirklich in der Sneak läuft. Also ich war dann, ich habe das am Montagabend erfahren und war erst mal so, öh, so ein bisschen Kinnladen runter. Es ist nämlich Die Unglaublichen 2. Und es ist jetzt nicht irgendein Film mit Bud Spencer und Terrence Hill. Nein, es ist die Fortsetzung von Die Unglaublichen, also von The Incredibles. Und bevor ich mich dem widmen möchte, weil ich bin ja der Einzige hier in diesem netten kleinen Podcast, der ihn gesehen hat, möchte ich erst noch auf den Vorfilm eingehen, der da hieß Bao. Chinesisch oder? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob es chinesisch oder koreanisch ist. Also auf jeden Fall asiatische Richtung. Bao erzählt eine richtig, richtig schöne Geschichte über die Liebe einer Mutter zu ihrem kleinen, in dem Fall Teigklumpen. Es gibt so, ich habe einen gefunden, ein Preview gibt es bei YouTube oder einem anderen Videodienstleister, den man sich gerne nimmt und annimmt. Es wird quasi nicht gesprochen, mal wieder. Es wird alles über, also die ganzen Emotionen werden geweckt über Mimik, über Haltung und über die Musik. Und das mal wieder auf so eine typische Pixar oder Disney-Pixar-Art, die man eigentlich aus so einem Vorfilm kennt. Es ist so cool gewesen, weil Disney im ersten Moment schon durch dieses Erzählen, durch dieses einfache Erzählen von einem Teigklumpen und seiner Mutter, du lachst schon am Anfang quasi Tränen, weil es einfach so herzzerreißend süß ist teilweise. Und wenn am Ende eines Vorfilms das Kino den Film mit Applaus kittiert, ist das eigentlich ein extrem gutes Zeichen. Oh ja. Also es gab wirklich da Applaus im Kino und das, wie gesagt, den Vorfilmbau, den kann man schon wirklich wieder feiern. Es ist so, mehr so in Richtung, ich will nicht sagen, klassischer Pixar-Film, aber hat echt seine Stärken, ist ein richtig, richtig schöner Streifen, den man unbedingt sehen muss, deswegen muss man unbedingt rechtzeitig im Film sitzen, damit man auch den Vorfilm nicht verpasst. So, das war das Loblied auf Bau. Warte mal ganz kurz, was mir da gerade einfällt, ich war jetzt im Urlaub und da gab es ja diesen Fernsehsender MBC2, von dem ich im Vorgespräch schon mal kurz erzählt hatte, ist mir nämlich gerade eingefallen, auch bemerkenswert, die haben, ich habe dort verschiedene Pixar-Filme angeschaut, die dort liefen, ich glaube, Finde Nemo oder sowas und noch einen und die haben, bevor sie den Film gezeigt haben, haben sie den Original-Kurzfilm, der im Kino auch immer davor lief, auch mitgezeigt, das fand ich gut, das macht ja so Sky nicht zum Beispiel. Das ist super, ja. Das fand ich echt gut, da war der eine, welcher Film war das, wo am Anfang dieser, dieser Vulkan da auf Hawaii, Ach hier, das ist das mit Wajana, ein Lava, Wajana war das glaube ich, da kam auch der Film, nee, war nicht Wajana, war das nicht Wajana, wo der Film mit dem Vulkan, aber auf jeden Fall, ist egal, ja, da kam halt auch der Vorfilm, da habe ich nur den Vorfilm nochmal geguckt, weil den anderen kannte ich natürlich schon, das fand ich echt gut, weil irgendwie gehört es zusammen, das ist genauso wie die 20th Century Fox Fanfare vor einen Star Wars Film gehört, wo jetzt hier dieses Disney kommt, das passt irgendwie nicht, aber gut, zum Thema Vorfilme, ja, wie war denn der richtige Film? Der richtige Film, ah, jetzt muss es sich wirklich anschnallen, weil die Incredibles sind wirklich mehr als nur zurück, also der Film setzt direkt an, quasi, ans Ende von dem ersten Film und, ja, vielleicht noch anders ausgeholt, man weiß ja bei Disney Filmen manchmal mit Fortsetzungen, das ist nicht immer so das Gelbe vom Ei, also Cars 2, war nicht mehr das gleiche wie Cars 1, Cars 3, dann ganz furchtbar, oh, ja, und deswegen, man muss da immer so vorsichtig sein, dann sagt man, ja, König der Löwen 2, war auch nicht mehr so das Feeling wie das erste, wie der erste Film, und Toy Story, Toy Story nehme ich jetzt raus, weil die waren okay, der war gut, der zweite, habe ich auch zuerst den zweiten gesehen in der Sneak damals, bevor ich den ersten gesehen habe, okay, und ja, deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein auch, aber Disney macht bei den Unglaublichen unglaublich viel richtig, also so richtig unglaublich viel richtig, also die Superheldenfamilie um Mr. Incredible und Elastigirl, die sind zurück, und steckt, von der ersten Sekunde an, stecken die voll in der Action, weil der böse Tunnelgräber bedroht die Stadt und möchte eine Bank ausrauben, und der Tunnelgräber macht sich dann also ins Werk, und die Incredibles versuchen, sich dem entgegenzustellen, also hauptsächlich Mr. Incredible und Elastigirl, während die drei Kids erst mal, ja, zum Zuschauen verbannt sind, also Violetta, dann Robert, Flash, und natürlich mein absoluter Favorite, Jack-Jack. Jack-Jack ist das Baby für alle, die den ersten nicht in Erinnerung haben oder nicht gesehen haben. Unterstützt werden sie dann noch von Frozone, der wird gesprochen von Samuel L. Jackson, und Frozone war auch im ersten Teil schon dabei, das ist der, wo das Eis schießen kann und alles, es ergänzt sich wunderbar, sie halten natürlich dann auch, zumindest die größte Katastrophe vom Tunnelgräber, halten sie auf, nur der Stadt ist das gar nicht so recht, und den Behörden eigentlich auch nicht, weil die Behörden sagen, jetzt habt ihr so viel hier kaputt gemacht und so viel ist zu Bruch gegangen und die ganze Stadt, oder ein Teil der Stadt liegt in Trümmern und wir müssen so viel jetzt reparieren, hättet ihr einfach denen die Bank ausrauben lassen, hättet ihr das durch Versicherung gezahlt. muss ich kurz fragen, da gibt es auf YouTube so einen Filmtrailer und davor so ein paar Ausschnitte, da gibt es so eine lange Szene, die mitten durch die Stadt geht, wo die dann so eine S-Bahn irgendwie noch schnell aus Eis irgendwelche Schienen bauen, damit die nicht entgleist, und da ist so ein Riesenbohrer, der alles kaputt macht, ist das quasi die Szene, wo die die Stadt kaputt machen? Der Bohrer ist der Tunnelgräber. Ja, wo die quasi die Stadt kaputt machen, ist das die Szene? Ja, ja, genau. Ja, okay, dann kann ich verstehen, weil da habe ich mir auch gedacht, boah, so viel Kollateralschalten. Ja, ja, richtig, richtig. Und das ist eben das große Problem und als ob es nicht schon genügend Probleme gibt, ist es tatsächlich so, Superhelden sind ab sofort illegal. Uh, das ist ja wie bei X-Men. Das heißt, ja, so ein bisschen. Das heißt, die Superhelden müssen auch untertauchen, verschwinden immer mehr von der Landkarte und das Problem für die Familie Parr ist in dem Fall auch, dass auch ihr Ansprechpartner beim Amt nicht mehr dann da ist, der sie unterbringen kann in irgendwelchen Motels, weil sie haben ja kein Zuhause mehr im Augenblick und das macht das alles ein wenig kompliziert. Dazu kommt natürlich, dass Violetta langsam zu einer Teenagerin wird, die sich natürlich dann auch für Jungs interessiert. Flash ist immer noch der kleine, supernervige Junge und dann ist die große Frage, was hat das eigentlich mit Jack-Jack auf sich? Was ist bei Jack-Jack eigentlich los? Tja, wie es halt so ist bei solchen Situationen, manchmal geht eine Tür zu, dafür geht eine andere auf. Es gibt eine Vereinigung, die sich gegründet hat, die im Hintergrund arbeiten möchte und eigentlich gucken möchte, dass die Superhelden wieder legal werden, dass die wieder arbeiten können. Und die laden dann tatsächlich Mr. Incredible und Elastical ein, um eben hier zu sagen, hey, wir hätten euch gerne da dabei, um das wieder aufzubauen, dass auch ihr nicht mehr illegal seid und, und, und. Und Idee ist natürlich großartig, kommt ganz super an und dann kommt der absolute Knaller, weil dann sagen diese, okay, wir fangen mit Elastigirl an. So, das heißt, Mr. Incredible sitzt zu Hause mit drei Kindern, hat keine Ahnung von Erziehung, hat keine Ahnung, was er machen soll. Und, und das ist so herrlich dargestellt, also, du lachst Tränen teilweise, du lachst wirklich Tränen. Die absolute Überforderung des Ehemanns, während die Frau jetzt die Familie ernährt, es ist zum Schießen teilweise. Das war auch so eine Szene, das waren irgendwie zwei Szenen, die man da auf YouTube gucken kann, das war auch irgendwie mit dem Baby, das macht sich dann irgendwie plötzlich unsichtbar und ist dann irgendwie weg und muss er mit einem Kekl wieder anlocken. Vollkommen richtig. Das Baby kann es ja noch nicht kontrollieren oder so, weil es ja nachher noch ein Baby hat noch kein Feuer. Also, während Elastigirl nämlich jetzt in Missionen unterwegs ist, um die Superhelden wieder in ein richtiges Licht zu rücken und alles, ist zu Hause Mr. Incredible, die ja in einem Ausweichhaus dann leben dürfen, von der Vereinigung, wo sie da Unterschlupf gefunden haben, völlig entkräftet und entnervt einschläft, legt sich Jack-Jack mit einem Waschbären an. Weil Jack-Jack sieht im Fernsehen, wie irgendwelche Leute rumlaufen mit halt so Augenmaske und was weiß ich was und schaut raus und sieht eben den kleinen Waschbären am Mülleimer, wie der den Mülleimer ausräumt. Und Jack-Jack erkennt natürlich darin die Gefahr, den Verbrecher, den Räuber und dann geht's los, weil bisher ist nichts bekannt darüber, welche Fähigkeit oder welche Stärke Jack-Jack hat und Jack-Jack läuft Richtung Scheibe und Jack-Jack portiert sich durch die Scheibe, steht plötzlich draußen und es kommt zu einem Kampf mit dem Waschbären, wo du denkst, der arme Waschbär, aber der Waschbär hört auch nicht auf, was man dazu sagt. Ist auch bei den Filmplakaten, ist auch der Waschbär da zu sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist so gut und du erkennst so viele Superkräfte plötzlich in Jack-Jack, weil er einfach so ziemlich jede hat, die du dir vorstellen kannst. Und das aber halt auch unkontrolliert abruft. Was natürlich die ganze Geschichte mit der Erziehung noch extrem schwerer macht. und wie du auch schon gesagt hast, er wird plötzlich unsichtbar. Ja, er bewegt sich in einer vierten Dimension, wird dann per Keks wieder angelockt und alles. Das will man natürlich der Mama da nicht sagen, weil man möchte ja nicht unnötig hier Stress aufbauen noch. Es ist so gut, es ist wirklich so gut. Und natürlich gibt es noch den großen Bösewicht, der auch noch darum rennt. Und es gibt noch ein paar andere Überraschungen. Ein absolut super cooler, richtig durchdachter Film. Es ist, allein Jack-Jack ist das Eintrittsgeld wirklich wert. Das kann man wirklich schon mal sagen. Was mit dem eigentlich einen Spaß hat, das ist unfassbar. Edna ist auch wieder dabei, die mit den, keine Capes, wir erinnern uns an den ersten Teil, bloß keine Capes. Die ist auch wieder dabei. Ach, das war die Modedesignerin, wenn ich mich recht erinnere. Genau, die Modedesignerin für die Anzüge. Und es ist einfach so gut, wenn da Mr. Incredible dann feststellt, okay, mein Kind hat diese Fähigkeiten und bringt die dann zu ihr und sagt, hey, könntest du vielleicht auch auf ihn aufpassen? Und sie, was, nein, ich mach doch keinen Babysitter und bla, bla, bla. Und dann stellt sie fest, was der kleine Jack-Jack alles kann. Sie komplementiert Bob wirklich hinaus. Sie schmeißt Bob raus und behält Jack-Jack da und arbeitet mit dem. Und auch als er Jack-Jack dann wieder abholt, so, oh, du kannst ihn jederzeit wieder bringen und überhaupt kein Problem. Die ist totaler Jack-Jack-Fan, wie eigentlich alle. Und ja, insgesamt muss ich sagen, der Film kommt an manchen Stellen wirklich richtig düster daher. Das glaubt man gar nicht für so einen Disney-Film. Aber extrem gut eingefangene Szenen, auch was der Bösewicht da kann und was der macht und wie der arbeitet und wer dann dahinter steckt. Also, wenn man so Filme kennt, dann hat man schon eine Vorahnung und wird zum Teil auch bestätigt. Aber auf jeden Fall, das ist ein Film, da hat auch wieder die ganze Familie wirklich richtig den Spaß. Also, von der ersten bis zur letzten Minute an. Habe ich mir auch gleich mal vorgemerkt. Er startet am 27.9. Ja, den kannst du dir ganz, ganz dick im Kalender markieren, weil, wenn du den ersten gesehen hast, es gibt ja eine riesen Fanbase auch, die sich immer einen zweiten Film da gewünscht hat. Und die werden, denke ich, mehr als nur entschädigt für das lange Warten in dem Fall. Weil es, wie gesagt, es ist ein teilweise richtiges Feuerwerk an guten Sprüchen, an witzigen Szenen. Und ja, auch wie dann am Ende die Familie wieder zusammenhält und wie alles ausgeht, es ist richtig herrlich. Also, das ist ein Film, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der überhaupt in Bouncy der Sneak läuft. Das größte Problem, was ich im Vorfeld hatte, ist, dass ich jemanden hätte finden müssen, dem ich so ganz durch die Blume sage, du, hey, ich hätte gern diesen Film irgendwann mal im Kino gesehen. Und ich bin jetzt gotts froh, dass ich ihn schon gesehen habe, weil er hat sich wirklich gelohnt. Also, für mich ist das ein 10 von 10 Punkten Film, einfach weil er Spaß macht, weil er eine coole Story hat, weil so vieles stimmig ist einfach und klar hat jeder Film irgendwo auch da die ein oder andere Schwäche vielleicht mal oder Sachen, wo du sagst, ja, habe ich jetzt die Szene gebraucht oder nicht? Da sehe ich komplett drüber weg, weil ich wirklich extrem gut unterhalten wurde und echt sage, das ist ein würdiger Nachfolger, der echt an den ersten Teil anknüpft und mit dem locker mithalten kann und halt, ja, auch nochmal Geschichten aufmacht rund um die Familie, wie es weitergehen kann. Einfach herrlich. Incredibles 2, also die unglaublichen zwei, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Jeder, jedem Einzelnen und allen Familien. So, jetzt dürft ihr wieder was sagen. Der lief ja auch, also nicht nur bei uns, der lief ja irgendwie durch alle möglichen Sneaks, das heißt, wenn ihr irgendwo in eine Sneak Preview ab und zu mal geht, dann geht vielleicht mal in den nächsten Tagen, Wochen mal häufiger. Vielleicht bestehen dann auch, also der kriegt aber auch überall so gute Bewertungen, habe ich gesehen. Also der kommt allgemein. Bei uns auch, in der Metroposnick-Stuttgart-Gruppe auf Facebook. Ich glaube, die schlechteste Wertung sind, einer hat sechs Punkte gegeben. Der war nicht, der war nicht in das League wahrscheinlich. Hatte eine Karte gekauft und konnte nicht, hatte Bahn verpasst. Ja, also es sind zehn Punkte, dann hier neun Stück mit acht Punkten, zehn Stück mit neun Punkten. Also der kam richtig Glut an und das auch vollkommen zu Recht. Noch zwei Fragen dazu. Du hast vorhin erwähnt, Samuel L. Jackson, Synchronsprecher, hattet ihr den in OV? Nein, wir hatten den nicht in OV. Okay. Aber dann war die deutsche Synchronstimme. Die deutsche Synchronstimme quasi von, ah, okay, cool. Habt ihr den in 3D gehabt oder 2D? Nein, 2D. Auch gut, ja. Auch sehr gut, ja. Ja, weil hier dieser Predator, der läuft nur in 3D, das finde ich scheiße. Zum Beispiel, da ist es eigentlich nicht so notwendig. Ich glaube, so Animationsfilmen, bei denen funktioniert es immer noch ein bisschen besser, 3D. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch für Kinder eher nicht so, aber gut, das sind nicht viele Kinder. Ja, schön. Jetzt habe ich hier noch vier Filme auf meiner noch zu sehen Liste. Ich dachte, ich werde langsam mal durch hier. Ich werde langsam mal wieder auf dem halbwegs ordentlichen Stand. aber nichts ist. Was, gehst du auch in Urlaub? Stimmt, stimmt. Und ich habe im Urlaub auch noch Filme geguckt, siehst du mal. Ja, und Kate, du hast da nichts gegeben. Bist du da dabei, wenn wir Ende des Monats nochmal reingehen? Also wenn wir reingehen? Ja. Okay, dann sagen wir Bescheid. Dann können wir das vielleicht nochmal aufgreifen hier in der Sendung. Bevor wir zu den weiteren gesehenen Filmen, ein paar haben wir nämlich noch, kommen, dann beschäftigen wir uns jetzt mal wieder zurück zur Normalität mit den Sneak-Tipps, die für morgen eingegangen sind. Und was war denn da der Hinweis überhaupt? Der Tipp, jetzt muss ich selber kurz gucken, der Tipp für die nächste Sneak war schlicht und ergreifend entführt. Ach genau, da hatte doch der Thomas einen Film getippt, den wir schon mal hatten. wenn ich mich recht habe. Aber gut, es gab ja noch glaube ich andere Tipps. Ja, es lädt aber bei mir gerade nicht. Chris, kannst du bitte gucken? Ich könnte es auch, ich habe es offen. Ich habe es ja hier. Also wir haben einmal Searching, glaube ich, den hatten wir ja schon. Der lief schon, ja. Dann hat nur ein kleiner Gefallen, der Martin hat nur ein kleiner Gefallen getippt und dann haben wir noch einen Tipp von einem Erik C. Späte. Ja, der heißt Offenes Geheimnis, den habe ich deswegen getippt, das habe ich irgendwie aus dem Urlaub getippt, weil der an einigen anderen Sneaks schon lief. Da geht es irgendwie darum, das ist mit Penelope Groß und Javier Bardem und wir haben irgendwie, geht es um ein Verhältnis, die haben ein Verhältnis und die soll dann irgendwie entführt werden. Irgendwie lässt dann der Ehemann jemand entführen oder sowas. Deswegen könnte das unter Umständen passen. Ich hatte da irgendwo einen Podcast gehört. Wer weiß. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, morgen werde ich es endlich mal wieder schaffen. Ich hoffe ich mal. Letzte Woche war echt geil. Ich komme aus dem Urlaub zurück auf Arbeit. Dachte so, ja, ein bisschen was und dann war plötzlich alles anders. Ich habe noch Filme geschaut im Urlaub. Einen habe ich im Urlaub geschaut in Ägypten auf Englisch mit arabischen Untertiteln. Nehme ich mal an, dass es arabische Untertitel waren. Nämlich einen Film, achso, kann ich gleich mal ein bisschen sowas dazu erzählen. Ich habe mich auch auf diesen Sender, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, MBC2, gab es auch immer die Kino-Charts für die Region. Ich weiß allerdings nicht, wie weit die die Region fassen. Ich glaube, die fassen die Region so mittlerer und nahe Osten, wenn ich mich recht da, wenn ich das so recht analysiert habe. Und da sind zum Beispiel solche Sachen in den Charts vertreten, wie dieser, ach, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Ich habe doch mal erzählt von diesem, hier, wie heißt das? Crazy Rich Asians, genau. Crazy Rich Asians ist auf Platz 1, mit weitem Abstand dort übrigens. Dann The Mag ist irgendwie Platz 2 gewesen. Christopher Robin Platz 3 und sowas. Also solche Geschichten. Ganz interessant gewesen. Und ich habe mir tatsächlich The Mag angeschaut. Den wollte ich ja eh irgendwie sehen und der lief da irgendwie und das hat da alles nichts gekostet da unten und da habe ich mir The Mag angeschaut. Das Kino war sehr gut gefüllt und ja, ich mag ja so High-Horror-Filme und alles mögliche. Ich habe da auch echt viel gesehen und das ist glaube ich mein Problem damit, dass ich eigentlich schon zu viel gesehen habe. Die Story ist da, dass Jason Statham wird uns am Anfang vorgestellt in einer irrwitzigen Szene, wo ja ein U-Boot, was ganz, ganz tief gesunken ist, macht ja eine Rettungsaktion mit einem anderen U-Boot, um da die Leute rüber zu holen, weil es natürlich alles ein bisschen ungünstig, weil du hast ja nicht so viele Fenster in so einem U-Boot, wo du rausgucken kannst und gerade wenn du dann irgendwie andockst oder sowas, das ist dann halt alles wesentlich schwieriger als wie bei so einer Raumstation oder sowas, wo du wenigstens ein Fenster hast und gucken kannst, wo die andere Raumstation ist und so weiter, egal. Und er führt dann eine Rettungsaktion durch und bei dieser Rettungsaktion gibt es dann so einen entscheidenden Punkt, wo er sich entscheiden muss, wen er jetzt noch rettet und wen nicht, weil nicht mehr so viel Zeit ist, weil da ein bisschen was schief geht und er rettet halt wirklich einen Großteil der Leute, aber ein paar bleiben halt zurück, aber wie es halt immer so ist, die Geretteten nehmen ihm das Übel, dass er nicht alle gerettet hat oder dass er bestimmte Leute zurückgelassen hat, zu denen sie eine persönliche Verbindung hatten und weil er selber auch da einen psychischen Knacks mitbekommen hat, weil er nicht alle retten konnte, da zieht er sich erstmal aus diesem Unterseerettungsgeschäft zurück und dann gibt es aber einen Mann, der hat so eine Unterwasserforschungsstation, was man auch im Trailer so ein bisschen sieht, der Trailer ist ein bisschen komisch hin- und hergeschnitten, wenn man jetzt den Film gesehen hat, weiß man, dass das nicht in der Reihenfolge ist wie im Trailer, da sieht man ja dieses kleine Mädchen, was da in dem Aquarium steht, wo der große Fisch kommt, der große Hai, das ist alles nicht so in der Reihenfolge, sondern das passiert erst ein ganzes Stück später und es gibt halt diese Unterwasserforschungsstation und ja, jedenfalls geht dann auch einiges schief und da haben sie so ein kleines U-Boot auch und entdecken dann so einen in diesem, wie heißt dieser tiefste Graben, Marianngraben, glaube ich, im Pazifik, war das da Marianngraben? Ich glaube, ja, da entdecken sie dann, dass das, was sie bisher als Boden, für den Boden gehalten haben, gar kein Boden ist, sondern so eine Art, ja, so eine dicke Gasschicht, ja, und dass man dann durchtauchen kann und dann nehmen sie so ein U-Boot und trotz gegen alle Warnungen, ja, tauchen sie da runter und finden da ganz, ganz viele Arten, die dort sind, unter anderem eben auch, gibt es da natürlich gefährliche Arten, die da abgeschottet von der bisherigen Außenwelt unter dieser Schicht da sich entwickeln konnten und dann geht mit dem U-Boot auch einiges schief und wen muss man da anrufen? Da gibt es nur einen Spezialisten, der so Tiefseerettungen durchgeführt hat, erfolgreich, Jason Statham und er muss natürlich wieder überredet werden, dass er da dazukommt und ja, wie man sich schon denken kann, er versucht dann diese Rettungsaktion und dabei durchbrechen sie aber diesen, diese, diese Schutzschicht, die sich da gebildet hat über diesen, über diese absoluten Tiefsee, nenne ich es jetzt mal und bringen da halt auch einiges mit nach oben und da noch diesen, diesen großen High und dann gibt es dann High-Action, wie man sich's denken kann. Der Film nimmt sich meines Erachtens ein bisschen zu ernst, ein bisschen mehr Augenzwinkern hätte ihm gut getan. Dann ist es auch so, irgendwie ist der von den Spezialeffekten her ein bisschen kurios, also der, kennt ihr die Szene aus dem Trailer, wo dieses kleine Mädchen an diesem, an dieser Aquarium war, wo das Riesending kommt, der High ändert im Laufe des Films mehrfach seine Größe irgendwie gefühlt. Also der ist mal größer und mal kleiner im Verhältnis, man sieht dann mal so Bote, die er so frisst und dann gibt es wieder andere Bote, da ist er wieder viel kleiner und so. Es gibt dann auch so ein bisschen verschiedene Haie und so, aber dieser eigentlich große Hai, der ändert irgendwie so ein bisschen seine Größe an sich und irgendwie ist die Story total, ja gut, jetzt bei so einem High, High-Film von Story überhaupt anzufangen, aber ich sag mal, ich sag mal selbst, ein Sharknado hat irgendwie eine halbwegs eine Story, wo man, Hey, nix gegen Sharknado. Nee, ich sag, ich find Sharknado super, ich mein ja, Sharknado ist aber ja ganz bewusst auf Trash gemacht, ja und selbst die haben aber eine durchgehende Story, wo man genau weiß, okay, was machen die jetzt, ah okay, jetzt gehen sie dahin aus dem und dem Grund, das wird halt, der Zuschauer wird irgendwie mitgenommen, ja und hier ist manchmal so Sprünge drin, die man nicht ganz nachvollziehen kann, ähm ja, wenn es wenigstens richtig irgendwie gut oder lustig wäre, ich lache mich ja gerne so bei solchen High-Filmen irgendwie ein bisschen kaputt, weil das irgendwie lustig gemacht ist, ist es aber hier nicht, der nimmt sich halt zu ernst und ja, es war halt mal wieder schön mal einen richtig coolen High-Film mal im Kino zu sehen, aber mehr ist es auch nicht, ist eher was für's Heimkino, wo man dann mal, also es war also kein Highlight. Nee, kein Highlight. Vielleicht, naja, sagen wir so, vielleicht ein bisschen. Aber jetzt bist du nämlich ganz schön auf den Zahn gegangen, hey. Also, ich gucke ja gern so High-Filme, deswegen habe ich es jetzt nicht bereut, dass ich den gesehen habe, von daher war es ganz cool. Der Name übrigens, vorhin hat mal Kin den Namen, woher der kommt, hier kommt übrigens Meg von Megalodon, was nämlich die Bezeichnung für diesen Riesen-Ur-Hai ist, der sich unter diesen, in dieser Tiefe da noch sich weiterhin entwickelt hatte und der wird nämlich auch am Anfang in so einer Art Kindergarten-Skizze, also mein Kleiner, der hat da sowas mit den Dinosauriern, wo man so sieht, wie waren die Größenverhältnisse, wie groß ist ein Mensch, wie groß ist ein Dinosaurier, so ungefähr haben sie sowas für Hai und da ist dann oben dieser Megalodon, der ist irgendwie so zigmal größer wie irgendwas anderes und aber, ja, es passt alles nicht und gefühlt hat der Film drei oder vier Enden, also du denkst, jetzt ist es vorbei und das wäre auch gut, wenn es vorbei wäre, weil der geht auch, der geht auch relativ gefühlt lang, fast zwei Stunden und du denkst manchmal, ja, vorbei, nee, da kommt noch was, was aber an sich, ja, dann kommt auch nochmal so eine, so eine Ende, wie so ein Ende, aber denkst, ja, eigentlich hätte es jetzt nicht gebraucht, okay, und dann kommt aber noch eins und irgendwie noch eins, also irgendwie ist es ganz komisch, ich war schon irgendwie, also die High-Filme gehen ja normalerweise irgendwie so 90 Minuten, wenn sie es gerade mal schaffen, manchmal nur 80 oder so, die geben ja meistens nicht so viel von der Story her und hier dachte ich schon, jetzt ist es zu Ende, jetzt kommen die Schriften, wollte gerade aufstehen, oh nee, da kommt ja noch und dann kamen noch drei Enden, naja, also von mir, jetzt muss ich kurz überlegen, das habe ich hier bei Moviepilot 5,5 von 10, das passt, ja, Mac oder The Mac, wie es im Original hieß, wo ich geguckt habe, müsst ihr euch, glaube ich, nicht auf eure Zusehen-Liste ein, wenn ihr es bei Sky mal erwischt, dann vielleicht, aber ihr seid ja nicht so die ganz so großen Hai-Schauer, das bin ich ja hier eher, ihr seid ja eher die Superhelden-Filme, da habe ich auch noch einen geschaut, jetzt vor wenigen Tagen erst, irgendjemand scrollt hier mit der Maus die ganze Zeit, das hört man. Wer macht sowas? Ich habe Predator Upgrade geschaut oder wie er im Original heißt, einfach nur The Predator, The Predator, im Original Predator Upgrade, also im Deutschen. Gibt es ja auch diverse Comics, deswegen gab es dann auch mal dieses Alien vs. Predator, was es auch irgendwie als Comic gibt und ich bin ja ziemlich angetan von der Alien-Filmreihe, außer wenigen Filmen, die da mit drin sind, die gefallen mir nicht. Predator auch, also zumindest der Schwarzenegger-Film, den habe ich letztens, gibt es ja hier auf Sky, hier Alien vs. Predator, den ganzen Sender, wo sie die ganzen Filme zeigen, habe ich auch noch mal geschaut und irgendwie hatte ich dann Lust bekommen auch und da sind wir halt rein. Leider 3D, was es irgendwie unangenehm gemacht hat zum Schauen. Ja, wie bringe ich das jetzt so? Hattest du keine 3D-Brille auf, oder? Doch, ach stimmt, ich hätte vielleicht aufsetzt. Das muss ich kurz überlegen. Der fängt ganz cool an, der Film, und zwar irgendwo so eine Spezialeinheit, irgendwo, die sollen da jemand wegsnipern, so ein bisschen, ja, PUBG-mäßig, irgendwo haben sie sich eingeigelt und dann geht aber auch ein bisschen was schief und dann kommt plötzlich da ein Raumschiff, das hat er, stürzt da ab und dann geht der eine Typ da hin und dann finden sie da auch so ein bisschen was und das nimmt er dann mit, nämlich die Maske und so ein Teil, ja, bei Fallout wird es heißen, Pip-Boy, also weißt du, was der quasi so am Arm hat, diesen Arm-Computer, womit ein Arm reinfährt, für die, die Fallout nicht kennen. Und sowas findet der und die anderen Sachen, die werden alle irgendwie mitgenommen von irgendeiner Regierungseinheit, die da schon auf dem Fersen sind und die wollen auch quasi so ein Clean-Up machen, die wollen, dass die Leute, die damit in Kontakt waren, das gesehen haben, die sollen auch bereinigt werden, dass die das nicht weiter verbreiten können, was die wissen und er schafft es aber, diese zwei Teile irgendwie rauszubekommen aus dem Land, das weiß gar nicht, wo das gespielt hat, diese Anfangsszene und packt die in den Karton rein und schickt die sich irgendwie an so ein bestimmtes Postfach und zu Hause hat er einen kleinen Jungen, einen Sohn und der ist, glaube ich, das hat er Asperger-Syndrom und der kleine Junge lebt mit der Mutter quasi in dem Haus und da kommt eines Tages der Postbote und bringt das Paket, weil er irgendwie sagt, ja, da ist irgendwie die Lagerzeit abgelaufen von diesem Postfach, weil der Vater ist immer noch im Einsatz irgendwo unterwegs oder versteckt sich und bringt die das Paket quasi zu dem Jungen nach Hause und der denkt, ach cool, mein Papa, der hat mir wieder irgendwelche Action-Sachen geschickt hier, packt das aus und hat da diese Maske vom Predator und diesen Pip-Boy nenne ich ihn jetzt mal, der Einfachheit halber und probiert das aus, also setzt die Maske auf und da sieht er gleich diese Sicht vom Predator, jetzt nicht so wie damals in dem Alten, sondern schon sehr modern gemacht und kann da alles mögliche umstellen und aktiviert dann auch so eine Art Findemechanismus, so eine Art, ja, iPhone, wo ist mein iPhone hier, Funktion von der Maske und weckt damit irgendwo diese Predatorinnen da, die irgendwo im Weltall sind und die kommen dann hin und kommen dann auf die Erde und der Vater, den haben sie mittlerweile irgendwo einkassiert gehabt von der Regierungseinheit und der soll so eine Art, wie heißt das, wenn die da so die Elektroden an den Kopf bekommen, wo dann so das Gehirn gelöscht wird, hier dieser, Elektroschock? Ja, so Elektroschock-Therapie und da haben sie noch so ein paar durchgeknallte Typen mit denen zusammen, also die aus der Klapse kommen, mit denen sitzt der in so einem Gefängnistransporter drin und soll da hingeschafft werden, weil die sollen die Elektroschock-Therapie sowieso bekommen, damit sie wieder in Anführungszeichen normal werden und da passiert natürlich einiges und die kommen frei und er hat denen vorher schon erzählt gehabt, dass er da irgendwo dran war, die denken natürlich auch, der hat eine Meise und dann machen die sich aber alle auf den Weg und er will als erstes Mal aber zu seinem Sohn, weil er glaubt, dass er diese Teile hat und dass da die Predators auf dem Weg sind zu seinem Sohn und ja, dann ist es halt eine wilde Hatz von A nach B nach C, die Regierungseinheiten sind da auch noch mit drin, mischen da noch mit und wollen da dieser Technologie habhaft, ach so, ein, was hat er noch weggeschmuggelt gehabt, genau, hab ich ganz vergessen, der Predator, der konnte sich ja so unsichtbar machen und das funktionierte mit, hier wird gezeigt mit so einer Art kleinen Kugel, wo man draufdrückt und dann wird die Person unsichtbar und die hat er verschluckt gehabt im Dschungel bei seinem ersten Einsatz und die anderen Sachen hat er nach Hause geschickt, genau und das hat er auch noch geschmuggelt gehabt, ja, dann gibt's einen, ja, einen wilden Kampf, das Ganze, ich hake jetzt ein bisschen bei der Nacherzählung, weil, ihr habt ja bestimmt bei der, vielleicht habt ihr, wir haben ja manchmal hier in der Sendung auch über den Film gesprochen gehabt, Trailer und so weiter, ähm, der Film ist ja mehrfach umgeschnitten worden, weil irgendwie das nicht so gut ankam oder sich irgendwas geändert hat und irgendwie neue Leute reingekommen sind und da haben sie da noch mal was nachgedreht und dort noch mal und das merkt man dem Film leider sehr, sehr stark an, also der, der hat da so Szenen drin, äh, da weiß man jetzt nicht, wie, was macht das jetzt? Also die wollen irgendwo hin zu einem Punkt A und landen aber bei einem Punkt C und dort geht die Story einfach weiter, ja, also man weiß nicht was, man denkt immer, hä, was jetzt, hab ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt oder ist das jetzt eine Rückblende oder Vorblende, aber so, so tricky ist der Film nicht, der ist einfach ganz gerade eigentlich, ne, da ist halt bloß durch diese, durch diese komischen, ja, wahrscheinlich durch dieses Umschneiden von dem Film, hätten sie vielleicht noch ein paar Szenen mehr drehen müssen, damit das stimmig ist, damit sie von A nach, nach C kommen, ähm, haben sie halt vergessen irgendwie das B noch zu zeigen oder keine Ahnung und dann sind auch Personen, die sind plötzlich wichtig, plötzlich sind die gar nicht mehr da und so, ganz seltsam, ähm, die Predator Action, jetzt kommen wir eigentlich zu meinem stärksten Kreditpunkt, weil ich hab mich auf den Film schon ein bisschen gefreut gehabt, weil ich dachte, ach cool, jetzt hab ich die, die anderen nochmal gesehen gehabt hier auf Sky, ähm, der Film verrät seine eigenen Vorbilder, das ist eigentlich das Schlimmste an dem Ganzen, ja, ihr könnt euch ja, ihr habt ja die anderen gesehen, oder? Ja. Zumindest, da war es ja so, Arnold Schwarzenegger war ja so, Achtung, Spoiler, war ja der Einzige, der da überlebt hat von den Menschen, ne, nicht ganz, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, war nicht der Einzige, wenn ich so richtig zurückdenke, ähm, aber der hat halt wirklich einen Arsch voll zu tun gehabt mit diesem Predator, ne, also der hat ja wirklich sich, sich dermaßen aufgerieben und der war ja vorher so, der, der größte Typ, der zig Einsätze geflogen ist, da in sonst welchen Kriegen und schon gegen alles gekämpft, was es zu bekämpfen gab und hat alles, ist überall schadlos rausgekommen und der hat ja mit dem, mit dem Predator, mit dem Einen, hat er ja so viel zu tun gehabt und hat die ganze Einheit aufgerieben und nur durch, durch eine List ist es eigentlich gelungen, irgendwie dem halbwegs mal entgegenzutreten. In Teil 2 ist es ja noch viel heftiger, weil da ist ja die ganze Polizeieinheit hinter ihm her und das ist in der Stadt, wo eigentlich ganz andere Möglichkeiten sind, ähm, und hier ist es einfach so, dass wirklich jeder Dödel, der einfach eine Knarre in der Hand bekommt, der kann eine Alien bekämpfen, ja, also es ist hier ja nicht nur ein Alien, es sind ja viele und da werden auch einige bekämpft, wirklich ganz einfach, bang, bumm, tot, ja, und das, das hat, das Ganze, was irgendwie dieses Original, die Originalfilme ausgemacht hat, auch so dieses Tarnen und man sucht sich gegenseitig und man, man versucht da irgendwie eine Strategie zu finden und wo ist der jetzt und die Suche und das ist alles nicht relevant, sondern, das ist alles so auch klamaukig, der, die Regie hat, hat ja Shane Black geführt, Shane Black hatten wir zuletzt in der Sneak Preview gesehen gehabt bei Nice Guys, ähm, der hatte vorher noch das in Anführungszeichen Highlight, äh, Iron Man 3 gemacht, den ich ja, boah, nicht so besonders finde und hat die, äh, die Skripts geschrieben, zum Beispiel für Little Weapon, was ja auch immer so flapsige Dialoge sind und, und auch immer so ein bisschen auf lustig gemacht und genau das ist hier bei Predator auch, das heißt, das Ganze ist eigentlich so eine, ja, teilweise so Sitcom-mäßige Humorsachen drin, so Geblödel oder, oder, oder Slapstick und, dann ist wieder so Predator Action, die teilweise sehr hart ist, also, da werden einfach mal Menschen zerteilt mit diesen Klingen, die da der Predator hat, wirklich so, Ratsch, einfach so auseinandergerupft, da wie, wie so Pulled Pork, so Fatsch, ähm, ja, aber, der Film, der, der hat mir überhaupt nichts gegeben, der hat mir überhaupt nicht gefallen, also der, ich war sehr, sehr enttäuscht von dem Film, mal gucken, ich muss mal ganz kurz meine, in meine eigene Kritik hier reingucken, bei, bei Moviepilot, ähm, hab ich geschrieben, der neue Predator Film macht, äh, ignoriert einfach alles und wirft alles über den Haufen, was bisher passiert ist und genau, absolute Dummpratzen mit einer Knarre können hier einen Predator überlegen, dieser Film macht die ganze Reihe kaputt, ja, genau, also das ist, kann man eigentlich zusammengefasst so sagen, ich bin, bin echt enttäuscht, aber trotzdem noch irgendwie so, ja, viereinhalb Punkte, geb ich mal noch so, ähm, mit viel Wohlwollen, weil irgendwie zwei, drei gute Szenen noch drin waren, aber der Rest ist einfach, sehr daneben, leider, 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 vielleicht war auch 3D, ähm, weil gerade in dunklen Szenen, funktioniert der 3D gar nicht und da sind ein paar dunkle Szenen dabei und, nee, kann, kann ich nicht empfehlen, leider, und, ach so, das Ende, äh, auch wieder so ein, so ein Ende, Ende, was sie hinten dran geklatscht haben, um da irgendwie noch Fortsetzungen zu ermöglichen, das fand ich sowas von, das, das war zwar cool, aber das hätten sie vorher mal ein bisschen aufbauen müssen, das hast du richtig gemerkt, das war ein völlig anderes Stil, das Ende, haben sie einfach hinten dran gesetzt, so nach dem Motto, jetzt zeigen wir euch mal, hier, wir wollen Fortsetzungen machen und so, in welche Richtung es geht, das sieht richtig geil aus, das würde ich tatsächlich gerne als Film sehen, was da kommt, aber wirklich auch so völlig aufgesetzt sind dran und genau so ein, ja, genau wie der ganze andere Film, so, einfach so zusammengereihte Elemente, die nicht zusammenpassen, wie wenn man irgendwie im Magix Music Maker sich irgendwie Film, in so Loops, so Musikloops, einfach so wahllos hintereinander klickt, ja, aus einem und demselben Genre, es passt zwar alles irgendwie zusammen, aber in sich ist es kein, kein stimmiges Musikstück und so ist es hier als Film, leider, also viereinhalb von, von zehn nur für, aber ich wäre, ich wäre vielleicht geneigt, mir die Fortsetzung anzuschauen, auf die hingewiesen wird, ja, die sieht geil aus, ja, das dazu, Predator Upgrade und damit haben wir eigentlich die Filme aus dem Kino, soweit abgeschlossen, du wolltest noch kurz was sagen zu den Tausend Klotzböbeln, der ja auch nochmal im Kino lief, äh, ja, weil wir waren ja bei der Premiere von, die Tausend Klotzböbel vom Dr. Mabuse, Humsuppe, ja, Humsuppe und wir haben ja damals in der Sneak einen nicht komplett fertigen Film gehabt, also er hat ja noch ein bisschen was gefehlt, hier und da und alles und da war er schon eigentlich absolut super und jetzt, wie gesagt, habe ich es geschafft, Kate zu überreden, doch noch den Film anzuschauen, ich habe meine Mutter und meine Tante auch mit reingeschleppt und es war ein, wie ich finde, rundum gelungener Abend, ich habe nach dem Film noch kurz mit dem Dodo auch gesprochen, der mir dann eröffnet hat, dass anscheinend mein Name irgendwo im Abspann auftaucht, äh, deswegen nochmal, äh, was heißt nochmal, sondern der direkte Aufruf, solltet ihr den Film irgendwie sehen, achtet mal bitte drauf, ob das wirklich so ist, weil ich habe es jetzt noch nicht verifizieren können, ähm, die Insgesamt-Sache, was geändert wurde, es ist, mir sind schon ein paar Szenen aufgefallen, die anders waren dann, also nicht geschnitten, aber einfach von den Dialogen her, äh, trotzdem absolut megawitzig, megagut, ich habe es beim zweiten Mal anschauen nicht bereut, ihn jetzt ein zweites Mal gesehen zu haben und ich weiß es schon jetzt, ich werde ihn auch ein drittes Mal sehen, also die Endfassung ist wirklich ein absolutes I-Tüpfelchen auf dem, was er da gemacht hat, äh, im Vergleich zu dem, was, was wir schon in der Sneak gefeiert haben, deswegen, die 1000 Glotzböbel vom Dr. Mabuse hat seine 10 von 10 absolut mehr als nur verdient und die auch in der Endfassung gehalten. Sehr gut. Vielleicht möchte die Kate ja auch zwei, drei Sätze kurz zu sagen. Achso, du hast ja auch gesehen. Weil die war ja auch eher so ein bisschen so, ja, weiß nicht, ob ich das sehen muss. Na dann. Ah, der ist schon ganz super. Da muss ich sagen, gell? Das ist ja völlig euphorisch hier. so. Nicht monstisch genug lobt, heißt es bei uns, gell? Nicht monstisch genug lobt. Ever. Ever. Nee, äh, ähm, ich fand ihn, ich fand ihn sehr witzig. Es ist halt was komplett anderes. Es ist halt, ähm, man muss, man muss den, 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 den Dodokai dafür kennen und mögen, um den Film anzugucken, weil ich, äh, glaube, für das breite Publikum, die jetzt mit dem Dodokai nix anfangen können, ist halt der Film auch nix. Aber, ähm, ich musste doch schon ganz viel machen. Ja, auch, auch über diese kleinen Easter Eggs, ja, und, ähm, einfach, ja, lustig. Und, der arme, der arme Sims, der ist doch frisch gestrichen. Doch Sims, ja, frisch gestrichene Sims. Aber was man dem Filmverleih oder vielleicht ihm mal mitteilen müsste, was halt immer ganz praktisch ist, in der heutigen Zeit, wenn, wenn jetzt ein Film im Kino läuft und man weiß genau, man schafft den nicht und will den aber unbedingt sehen, dass man den zum Beispiel bei Amazon dann relativ schnell vorbestellen kann. Und da ist er jetzt zum Beispiel noch nicht drin, weil ich habe jetzt gerade geguckt, weil ich wollte ihn ja gerne auf Blu-ray sowieso haben, dachte ich mir, ah, jetzt denke ich gerade dran, ähm, jetzt würde ich ihn gerne vorbestellen, aber der ist noch nicht gelistet. Und das ist ja eigentlich relativ schnell erledigt, sowas. Hm. Kann man vielleicht den Herren und Damen mal als Hinweis geben. Ich nicht. Ja, der Chris hat ja da die besten Kontakte. Ich, ich gebe es mal weiter, ja. Jawohl, dann kann man nämlich auch mal schauen, ob der Chris da hinten drin steht im Abspann. oder vielleicht sogar der Kinocast, wer weiß. Ja, es steht wohl Chris Bendl und Co. Oder sowas. Und Team oder sowas. Na dann. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht haben wir ja morgen, wenn der Erik mal wieder in die Sneak kommt, eine kleine Überraschung für den Erik. Wer weiß, wer weiß. Himmelswillen. Wer weiß. Filmmäßig oder was. Wer weiß, wer weiß, was da passiert. Überraschung. Um Gottes Willen. Komm ich lieber nicht. Aber ich muss sagen, auch dieses, dieses Gespräch, dann hinterher mit Dolokai, das war sehr lustig. Wir vier standen da so an, ne. Und irgendwie fand er auch Christian und Tante total witzig. Und der, die Erika war es dann so, ha ja, meine Mutter heißt auch Erika. Da war es alles schon gesprochen, komplett. Und irgendwie, es war schon, war schon witzig. Also der, der ist einfach eine Type. Und der Film ist einfach speziell. Aber gut. Ja, also kann man definitiv empfehlen. Der läuft ja auch hier im Ländle auf jeden Fall und auch so ein bisschen so in den, in den Randbereichen und ein bisschen drüber hinaus, habe ich gesehen. Ja, er lief in Berlin und Hamburg, lief er auf jeden Fall. Ja, das sind Randbereiche von Ländle. Also gut, Berlin ist ja fast, Berlin ist ja fast, fast Ländle. Da sind ja, leben ja so viele, so viele Schwaben. Ja. Apropos Berlin, genau. Mein herzlichen Glückwunsch an der Stelle an meinen Cousin Philipp, der mit seiner Band, Fat Princess Band, gerade den Berliner Songwettbewerb gewonnen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist gestern passiert, quasi am 15.9. Und jetzt sind sie in der Endrunde drin. Da sind dann solche namhaften, in Anführungszeichen, Gegner wie Matzen oder sowas. Hat er mir geschrieben. Glückwunsch. Und er ist ja auch mit dem Kinocast verbunden. Er hat ja, ich glaube, von Folge 30 bis 90 oder so, hat er auch mal das Intro komponiert gehabt damals. Genau, fällt mir gerade ein bei Berlin. Ja, musste mal sein. Und jetzt gehen wir mal in die Charts und Neustarts rein. Ein bisschen Normalität einkehren. Kino-Charts und Neustarts. Und da sind wir jetzt nicht bei den Charts von sonst wo, sondern hier von Stuttgart. Bad Spice auf 10 hatten wir gerade hier in der Sneak-Proview-Besprechung. Platz 9 Patterson und Findus. Findus zieht um. Platz 8 Equalizer 2. Platz 7 Book Club. Das Beste kommt noch. Platz 6 Mission Impossible Fallout. Platz 5 Hotel Transsilvanien 3. Ein Monsterurlaub. Platz 4. Predator Upgrade. Achso, ich habe ja gar nichts über die Schauspieler gesagt. Da spielt nämlich zum Beispiel Yvonne Strahovski mit aus der Serie Ach, wie hieß der? Jetzt fällt mir die Serie nicht ein. Mit dem jungen Mann, der auch so zum Agenten geworden ist. Der in diesem Shop gearbeitet hat in diesem Supermarkt und da immer diese Aufträge bekommen hat, diese auf lustig gemachte so Comedy-Agenten-Serie. Ach. Ach, doch, ich weiß nicht, wie du meinst. Oh Gott. War ein Männervorname. Chuck. Ja, genau. Chuck. Und Olivia Mann ist da auch noch mit dabei. Ja, Alpha Platz 3. Was ist denn Alpha? Sagt euch Alpha irgendwas? Mir sagt sie klar. Alpha, doch, da gab es einen Trailer und einen Aufsteller im Kino. Alpha, lass mal kurz gucken. Alpha. Alpha. Das historische Survival-Drama. Ach so, das ist dieses der Mann aus dem Eis, aber ein bisschen anders hier. Ja. Historische Survival-Drama Alpha spielt 20.000 Jahre vor unserer Zeit, wo Cody Smith als jagender Höhlenmensch während des letzten Eiszeits alles um sein Überleben kämpft. Quasi so eine Art Revenant hier. Ah, okay. Und das ist bei uns auf Platz 4. Platz 3. Das ist ja irre. Platz 2 ist The Nun und Platz 1 ist Das schönste Mädchen der Welt. Da wollten wir übrigens hier meine, wir hatten ja Besuch gehabt und meine Tochter wollte mit ihrer Cousine, die wollten gerne in den Film reingehen und wir wollten ja in den anderen und haben gedacht, okay, da fahren wir alle zusammen hin. Wir gehen 20 Uhr in den einen und die gehen 20 Uhr. Läuft ja 20 Uhr nicht mehr. Das schönste Mädchen der Welt läuft nur noch Nachmittag. Ein wiegt sowas? Kinder, Teenager-Film. Ja, aber wie kommen die denn da auf ihre Besucherzahlen? Und es waren doch auch noch, waren nicht noch Ferien? Ne, waren keine Ferien mehr. Aber trotzdem kann man am Wochenende mal abends zeigen, so einen Film, der Platz 1 der Kinocharts ist hier. Es gibt ja auch nicht nur die ganz kleinen Kinder, sondern, ja, egal. naja, naja, das waren die Kinocharts hier in Stuttgart und ich werfe mal einen Blick, was jetzt so neu anläuft in dieser Woche hier in Stuttgart. Mal gucken, ob da irgendwas Interessantes dabei ist, welcher Film, oder welche Filme, gegen welche Filme sich Kinn nicht platzieren wollte. Es kommt ein neuer Film von Eli Roth, der ja Hostel und sowas gemacht hat zum Beispiel. Er macht aber keinen Horrorfilm, sondern es heißt Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Eine fantastische Geschichte für Kinder um einen Waisenjungen, der im Haus seines Onkels einen uralten Zauber aufspürt. Aber ich weiß nicht, wenn Eli Roth so einen Film für Kinder macht, ich weiß nicht, ob ich da mit meinen Kindern reingehen würde, so ohne Bedenken. Weil das ist ja dann schon so ein bisschen, als wenn ein Massenmörder so sagt, hey, ich bin jetzt brav geworden, ich mache jetzt Babysitter. Ich bin Kindergärtner. Ich mache jetzt Babysitter oder so, ich bin Kindergärtner. Ich weiß nicht. Obwohl die Besetzung mit Jack Black und Kyle MacLachlan klingt schon mal nicht schlecht. Dann läuft noch an Klassentreffen 1.0 mit Till Schweiger mit den, dieser Film, also ich gucke ja wenig Werbung, aber es wird immer ständig penetriert. Der Till Schweiger ist einfach überall zu Gast und promotet da seinen scheiß Film. Ich will den nicht sehen. Der sieht scheiße aus. Der Trailer sieht scheiße aus. Ich weiß nicht. Hast du den Trailer mal gesehen? Ja. Und ich hasse Till Schweiger Film, ey. Das sieht wieder aus wie gehabt irgendwie und ach nee. Ja, das wie immer halt. Searching läuft noch an. Der ist ja eher empfehlenswert. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt mit John Cho. Der versucht, da seine vermisste Tochter zu finden und dabei ihren Rechner analysiert und ihre ganzen Social Media Profile durchforstet und ihre ganzen Sachen, wo die sich angemeldet hat. Und das ist so ein Bildschirmfilm, hatten wir es genannt, was quasi nur, wo man nur den Bildschirm an sich sieht und dann halt immer mal über Webcam irgendwelche Leute eingeblendet. Fand ich sehr, sehr, sehr gut. Wir sind Champions, eine Wohlfühlkomödie aus Spanien. Da wird ein gescheiterter Basketballcoach dazu verdonnert, geistig Behinderte zu trainieren und erkennt seine wahre Berufung. Wackersdorf läuft noch an. Ein Polit-Drama von Oliver Hafner schildert den Mitte der 80er Jahre eskalierenden Kampf um die geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Leider ja immer noch ein aktuelles Thema, dass die Regierung über die Köpfe der Leute hinweg so gegen Umwelt und alles vorgeht. Wenn man jetzt hier sieht, was da so passiert da oben in Hambacher Forst und so, ist ja auch ganz übel. Kann man quasi schon wieder den nächsten Film drehen oder halt mal was tun. Uncle Drew läuft noch an. Die Pepsi-Werbefigur Uncle Drew erhält ihren eigenen Film. Kennt jemand von euch die Pepsi-Werbefigur Uncle Drew? Nein. Das ist wahrscheinlich nur so ein USA-Ding oder so. Nein. Das ist quasi eine Basketball-Komödie, die mit vielen NBA-Stars besetzt wurde. Klingt ja auch nicht schlecht für Fans. Mom & Dad ein Horrorfilm mit Nicolas Cage und Selma Blair. Hey, mit Selma Blair hatte ich auch einen Film, aber zu dem sind wir heute nicht gekommen. Tilda und die beste Band der Welt. Ein Roadtrip für die ganze Familie über die beiden Mitglieder einer Band und die wilde Chilistin Tilda, die zum norwegischen Rock-Championship eingeladen werden. Das ist ja quasi fast hier wie in Philipp seine Band hier. Mensch. Da hatte ich auch eine Einladung bekommen gehabt, dass wir einen Screener bekommen könnten und zuerst habe ich gedacht, es geht irgendwie um die Ärzte, weil die nennen sich ja selbst die beste Band der Welt. Hatte ich erst mal prinzipielles Interesse und da habe ich mir den Rest durchgelesen und dachte, ach nee, vielleicht doch nicht. Nee, nee, so ein norwegischer Film über eine Kinderband, ich weiß nicht. Schnee Flöckchen läuft noch an, da habe ich hier keine Beschreibung dazu. Ist auf jeden Fall eine Komödie ab 16 Jahren. von den Namen her würde ich sagen, obwohl schwer zu analysieren, woher das kommen könnte, dieser Film. Jo, das war es dann eigentlich mit den Filmstarts diese Woche. Da hätte Kin eigentlich noch ganz gut performen können, obwohl, nee, da war ja letzte Woche drin mit den Starts. Ja, gut, letzte Woche wäre gegen Predator Upgrade gestartet und Mile 22 ist auch seit letzter Woche. Naja, okay. War für euch jetzt was dabei, hier bei den Sachen, außer denen, die ihr schon kennt? Nö. Okay, also halten wir uns an die altbewährten Sachen. Ich habe ja auch noch eine To-Do-Liste hier mit den Filmen, die ich noch gucken muss. Ja, serienmäßig geht es ja jetzt auch wieder los. Ozark auf Netflix, neue Staffel, dann Jack Ryan auf Amazon Prime wollte ich gucken, also da wird viel kommen. Gute Staffel Unreal. Ja, gucke ich nicht. Oh, ich sehe gerade, der Chris hat doch hier ein Override gemacht und hat hier Sachen, die wir heute eigentlich nicht dran nehmen wollten. Willst du was dazu sagen, hier zu deinen Games? Dann spiele ich den Trenner mal ein. Willst du was sagen? Ja, mach euch gerne. Du hast NHL 19. Gibt es das schon oder ist das die Demo? Nein, NHL 19 kam an diesem Freitag raus und ich habe es an diesem Freitag bei mir im Briefkasten gehabt, weil ich habe es vorbestellt und habe tatsächlich auch noch mal Geld rausbekommen wegen der Vorstellerpreisgarantie, was ich sehr schön fand. Und ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so arg viel reingesteckt an Zeit, aber das, was ich reingesteckt habe, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch die neuen Spielmodi, wo mit drin sind, dieses 3 gegen 3 oder auf dem Eis zocken, also auf dem zugefrorenen See kann man jetzt auch zocken und auch so einen völlig abgefreakten Spielmodus, der wirklich so ein bisschen an Arcade Games erinnert, mit auch 3 gegen 3. Also ich kann mich da erinnern jetzt an mein erstes Spiel, da habe ich gespielt mit meiner komischen Truppe in Chicago und die haben dann plötzlich ausgewechselt und haben das Maskottchen mit aufs Eis geholt. Und dann habe ich gegen das Maskottchen gespielt und dadurch, dass ich die Chicago dann besiegt habe, habe ich das Maskottchen jetzt bei mir im Team und das ist einfach witzig. Also es macht wirklich Spaß, es klingt cool, nicht abgefahren. Super Einfall. Nein, es ist wirklich, wirklich cool. Es wäre so, wenn man bei Fever plötzlich mit einem Fritzel spielen könnte. Ja, so in etwa, genau so in etwa. Und wie gesagt, es ist einfach, es peppt das alles so ein bisschen auf und der Rest ist halt eine echt richtig gute Eishockey-Simulation immer noch und wird es auch, glaube ich, immer bleiben und deswegen macht jetzt schon extrem viel Spaß. Ich muss noch alles durchtesten, stell es gerne noch ein bisschen genauer vor, aber dann wahrscheinlich auch eher ein Pausentee. Trotzdem richtig, richtig cool. Also macht jetzt schon richtig Laune und das nach zwei Tagen. Okay. Ja, soll ich zum anderen auch noch kurz was sagen? Ja, wenn wir jetzt einmal die Rubrik eröffnet haben. Das andere ist Battlefield 5. Ich habe Battlefield 5 jetzt vorbestellt. Das kommt ja erst im November, Oktober, November. Ich weiß es gar nicht. Es wurde in den letzten Tagen bei mir im Freundeskreis verstärkt die Demo gespielt und 20. November kommt es raus und die Demo gespielt. Die Multiplayer, ne? Genau. Habe ich auch gespielt. Kam da relativ gut auch an und wir haben halt da noch von Battlefield 2, von Bad Company 2 und solche Sachen einfach auch noch ganz arg viele, unzählig viele Spielstunden auch drinstecken, Battlefield 3 auch noch und das Feeling kommt wohl auch so ein bisschen wieder hoch dabei und was ganz cool sein muss, weil ich habe es selber jetzt noch nicht getestet, wie gesagt, ich habe es jetzt quasi blind vorbestellt, ist, dass man wirklich zusammenarbeiten muss und das ist das, was wir uns auch immer wieder gewünscht haben und du kannst wohl alle Häuser wirklich bis auf die Grundmauer runterschießen, also die fallen dann nicht einfach irgendwann zusammen, sondern die platzen halt wirklich auseinander und das macht es sehr, sehr spannend. Klar, das Setting ist jetzt vielleicht auch nicht so mein Favorite mit Zweiter Weltkrieg. Okay, kann man drüber streiten. Dass Frauen jetzt dabei sind, finde ich folgerichtig, finde ich absolut in Ordnung, weil gehört ja auch so. Was soll das? Warum sollen nur Männer rumballern? Deswegen finde ich das auch sehr, sehr ansprechend und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was im Endeffekt rauskommt, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber die Demo kam schon mal ganz gut an und ich freue mich jetzt schon so ein bisschen auf den Winter, dann mal auch mal wieder mit ein paar Leuten zusammen übers Feld zu rennen und da so ein bisschen rumzuballern virtuell. Virtuell natürlich, um Gottes Willen. Klingt jetzt falsch im ersten Moment, aber ja, Gut, wenn wir das Thema jetzt einmal haben, dann sage ich noch ein paar Sachen. Ich habe auch ein paar neue Spiele. Zum einen habe ich getestet Burnout Paradise Remastered, fand ich ganz geil. ist aber jetzt meine, ach nee, ich habe noch ein paar Stunden, irgendwie zehn Stunden Spielzeit waren da irgendwie drin bei EA in diesem, wie heißt das da, in diesem Origin Installer oder so, hat man in diesem Vault diverse Sachen drin, fand ich ganz geil. Dann habe ich mir jetzt was gekauft, da hatte ich irgendwie, als es das gab, hatte ich da, ja, hatte ich irgendwie ein bisschen wenig beachtet gehabt, weil ich da andere Sachen gespielt habe und jetzt ist ja der neue Lara Croft Shadow of the, irgendwas rausgekommen und da habe ich mir jetzt den vorhergehend gekauft, den Rise of the Tomb Raider. Den gab es jetzt irgendwie sehr günstig und da hatte ich mir vorher ein bisschen was angeguckt, sah ganz cool aus. Bin jetzt schon, habe jetzt schon gut reingespielt, also bin relativ weit da gekommen. Dann hatte ich mir, ich war ja auf der Gamescom und hatte ich unter anderem ja auch die Kollegen von Leinwandperlen mal getroffen und so ist immer ein schönes Klassentreffen dann wieder und da gab es unter anderem die Möglichkeit an dem einen Stand, dass man sich coachen lassen konnte und das haben auch manche genutzt gehabt für diverse Spiele und ich hatte dann auch mal ein bisschen zugehört, wo welche sich unterhalten hatten und da ging es um PUBG und jetzt habe ich auch wieder angefangen mit PUBG-Spielen, als gestern schon wieder diverse Runden bis abends reingespielt und so. Macht schon, ich habe ja beides, ich habe ja Fortnite und PUBG, hat beides so seine Vorteile, ich mag beides so, bei Fortnite mag ich so dieses Ganze mit den, kann man ja so, ja so Festungen bauen, hier so ein bisschen craften da, irgendwelche Verschläge bauen, das ist ganz nett und, aber an sich, so von Realismus her, finde ich irgendwie das PUBG doch ein bisschen besser, ja, wenn du das mal wieder spielst, wähl dich mal, dann klinge kurz. Mach ich, mach ich, ja. Ja, so siehst du mich jetzt häufiger mal, hast du es auch über Steam oder spielst du irgendwo an? Ich habe es in Steam drin, ja. Okay, dann müsstest du ja sehen, wenn ich das auch spiele. Bei Rocket League gab es ja jetzt ein ziemliches Update, gab es jetzt einige neue Sachen, man kann jetzt Clubs anlegen, ich habe natürlich sehr rasch den Tag VfB gesichert, das heißt, wer zum VfB möchte, müsste sich bitte bei mir melden, der darf gerne in meinen Club rein und, nee, Spaß beiseite, also da konnte man halt dann machen und habe ich hier für rund um den Brustring, habe ich den VfB-Hashtag, also den, das kriegst du dann vorne so in eckigen Klammern angezeigt, ne, und ist halt nur einmal da, also wenn der weg ist, ist er weg, ne, und du kannst halt nur maximal vier Zeichen, also drei oder vier Zeichen und ja, genau, also Rocket League immer noch aktuell, Gamescom an sich, nur zwei Worte, war wieder voll geil, also der, äh, waren zwar, Nintendo hat jetzt nicht so viele Neuigkeiten, die haben sich jetzt irgendwie aufgespart für ihre Nintendo Direct, die jetzt, äh, vor zwei oder drei Tagen endlich rauskam, die wurde ja ein bisschen verschoben wegen dem Erdbeben in Japan und gibt zum Beispiel Civilization 4 demnächst auf der Nintendo Switch, äh, was ich mir aber nicht holen werde, äh, neues Yoshi-Spiel, was ich mir definitiv holen werde, ähm, etliche Sachen, die ich mir sowieso schon vorbestellt habe und ja, ein paar, ein paar coole neue Sachen angekündigt, wäre halt schön gewesen, wenn sie die auf der Gamescom schon gezeigt hätten, dort hatten sie halt die Super Mario Party, was voll geil war, äh, ja, dann Smash Brothers, ein neues und ansonsten für die restlichen Sachen, guckt einfach mal das Video an, was ich mit verlinke, da haben wir zum Beispiel so ein geiles Spiel gehabt, das heißt You Can't Drive This, ein Indie-Spiel, also wir waren viel bei Indie-Spielentwicklern, da waren echt coole Sachen dabei, jo, ansonsten freue ich mich auf die Gamescom nächstes Jahr, mal gucken, ob die dann noch in Köln ist, weil da gibt es gerade Diskussionen, weil das auch an den normalen Besuchstagen wieder so voll war, dass sie außen wieder eröffnen mussten, dass die Leute, dass die Besucherströme quasi außen von Halle zu Halle laufen und nicht mehr innen durch die Gänge, weil die Gänge so verstopft waren, mal schauen. Gut, hat man eigentlich so ein paar Kommentare gehabt in der, in der ganzen Zeit, ich glaube der Thomas hat ja irgendwas geschrieben, hat er uns hingewiesen auf irgendeine Serie, ähm, auf die hatte mich jetzt auch mein Schwager hingewiesen, der zu Besuch, oder wer war das, ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte mich, ja genau, Happy, da geht es irgendwie mit irgendwas mit einem Einer Einhorn ist da in der Serie, das soll irgendwie total abgefahren sein, Ja, ein blaues Einhorn, ja, richte die depressive Grundstimmung immer wieder auf, Okay, soll irgendwie echt abgefahren sein, also Thomas, ist mal vorgemerkt, ähm, hatten wir noch irgendwas da, kommentarmäßig, ist was eingegangen, irgendwie, irgendwelche Audio-Kommentare, die immer bei dir eintreffen, ne, 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 okay, dann gucke ich mal, ich schaue mal rein, kann ich hier, ach hier, genau, ich setze mal den, bei den Amazon-Bericht auf die letzten, na, 30 Tage, stimmt ja nicht, was habe ich hier, ach, hier voreingestellte Datumseingabe, ach, das ist mir alles zu unübersichtlich, also in den letzten sieben Tagen hatte jemand eine Sundisk SSD bestellt, 240 Gigabyte, vielen Dank dafür, ein Hunde-GPS-Tracker, sowas, ein waschbaren Küchenläufer, Polyamid, ein kabelloses Ladegerät für iPhone, oh, da hat wohl schon jemand das neue iPhone bestellt, oder was, cool, das waren so die letzten sieben Tage, aber da ist mit Sicherheit, äh, in meiner Abwesenheit noch einiges passiert, sorry für alle, die da jetzt nicht genannt sind, aber auf jeden Fall, viele Grüße und vielen Dank an alle, die den Kinocast in irgendeiner Weise unterstützen, sei es durch, ja, Einkäufe bei Amazon über unsere Affiliate-Links oder auch Kommentare teilen und sowas, das ist auch alles Unterstützung, die ihr gerne machen könnt, ja, habt ihr noch irgendwas? Nö. Ja, Hunger. Ja, okay, dann würde ich hier mal einen Knopf dran machen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer, ist ja jetzt, äh, eine etwas ungewöhnlich lange Sendung geworden, aber wir hatten natürlich auch viele, viele Filme, das heißt natürlich auch für euch, viele Möglichkeiten, hier Kommentare zu schreiben, zu diesen bestimmten Filmen, also wir hatten ja sehr viel, Mile 22, Bad Spice, Kin, die unglaublichen zwei, The Mag, Predator, ähm, schreibt uns, was ihr von den Filmen halt, habt ihr irgendeinen gesehen, von den Filmen, wie fandet ihr den, geht ihr d'accord, oder seid ihr völlig konträr mit der Meinung, bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf kinocast.net, oder, ja, auf den anderen üblichen Kanälen, vielen Dank Kate und Chris fürs Mitmachen, wir sehen uns dann morgen in der Sneak, dann kehrt wieder Normalität ein, bis dahin, tschüss, Bis bald im Kinocast.